hallo und herzlich willkommen zum podcast nummer 13 ist vielleicht eine unglückzahl ich weiß es nicht an die was meinst du hallo hallo ich glaube da nicht so daran demnach nein ich glaube auch alex ist nicht abergläubig oder nicht so wirklich hallo ja schön dass ihr beide zeit genommen wir sind ja gerade schon festgestellt haben sonntags wenn wir den aufnehmen zumindest annie und ich da immer ein bisschen im stress weil irgendwie ist dann noch so viel zu machen ich habe mir gerade zum beispiel noch gedacht nachdem ich auf mmo champion von so einem komischen gleiter der halt den gobblingleiter ersetzen kann den lichen gelesen habe dass ich da lieber selber ein video guide zu machen hat irgendwie länger gedauert als ich dachte weil man die einzelnen teile doch nicht so einfach gefunden habe wie ich dachte aber naja deswegen immer ein bisschen stress aber ich denke wir können trotzdem zu einer gemütlichen runde hier zusammen kommen und zwar tolle themen unterhalten ja fangen wir damit doch auch an ww alpha ist wahrscheinlich langweilig ist wahrscheinlich in den nächsten ich will nicht sagen jahren weil ich denke so lange dauert es nicht auch wenn sich gefühlt so lange anfühlt gefühlt so lange anfühlt egal es gab kein neuen patch diese woche total doof aber immerhin eine ankündigung zu einem dungeon race in der nächsten woche also vielleicht da kurz als erklärung blizzard hat offensichtlich ein paar streamer aus der eu und ein paar streamer aus der us-landschaft natürlich alles englischsprachige streamer genommen und lässt die in zwei fünfer dungeons und zwar in den hallen der tapferkeit und in einer neuen instanz wo mir der deutsche name gerade entfallen ist vielleicht weiß andien auswendig seelenschlund oder so abgrund der seelen auf jeden fall ist dieser dann schon ich habe gerade auch wie auf englisch weil das ist immer so ein hin und her wegen den karten und der seelen genau schlund der seelen more of souls ja die instanz wird es da geben die besonderheit übrigens bei den hallen der tapferkeit weil die ja schon lange raus ist dass zum ersten mal die heroische version sein wird die die gruppen da testen und die machen da halt ein race welches team schneller durch ist auf mmo champion gab es zum beispiel da auch im boot wer wird schnell durch sein eu oder us da hat eu ganz ganz haushoch gewonnen naja mal sehen aber ich meine das zumindest würde die tatsache schlitzung zwar der nächste woche einen neuen bild kriegen die frage ist ja aber noch immer ja wird es dann eigentlich zu einer beta weil ich meine wir haben ja sogar unseren gameline gutschirm code dieses jahr dieses jahr diesen monat in give us beta genannt damit wir so ein bisschen zum ausdruck bringen hey blizzard ihr könntet jetzt so langsam mal weil also eigentlich ist natürlich egal grundsätzlich aber die leute da draußen glaube ich schon so ein bisschen gespannt wann das ganze ding endlich beta heißt und wann mehr leute vielleicht auch abgesehen von topgillen et cetera eingeladen werden was denkt ihr ich wann denkst du denn dass der betapest dann kommt vor dem race oder am freitag dann ja weil ich denn weil ich denke wäre problematisch glaube ich wenn sie einfach neuen bild kurz vorher noch mal aufspielen wo dann irgendwelche bugs vielleicht sein könnten das wäre glaube ich so von vorteil und sie haben das ja auch extra verschoben wegen dem overwatch beta relaunch wo wir ja auch gleich noch mal drüber reden auf donnerstag und dann könnten sie freitag vielleicht noch den betapatch einspielen du meinst ja freitag ist gar nicht so dass ungewöhnliche wochen bei blizzard dass sie dann noch ein betapatch einspielen also gehe ich auch davon aus dass es freitag einen geben wird weil ich glaube mich übrigens auch zu erinnern dass bei der world of the way no beta alle zwei wochen betapatch kam das hat mir nämlich letztens jemand gesagt ich weiß gar nicht mehr ob das stimmt ich bin schon so dass ich mich zu erinnern also ich glaube das ist kommt ein bisschen darauf an wie viel die leute so zum rein pushen haben ja also das ganze nimmt dann auch irgendwann zu einem zeitpunkt zu wo wir dann nicht nur irgendwie wochenweise sondern manchmal irgendwie sogar am wochenende neuen bild kriegen wenn es halt auf die veröffentlichung hinzu geht das ist halt wirklich unabhängig davon schätze ich mal und ich glaube zum einen nicht dass für diese instanz einem beta patch nötig ein alpha patch nötig ist weil sie haben ja auch bisher schon öfter instanzen aufgemacht einfach so sie lassen ja diese instanzen schlichtweg nicht auf weil sie diesen focus test machen wollen ganz offensichtlich weil anders würde ja dieses vorgehen nicht erklären oder nicht erklärbar sein von daher ist ihnen halt wichtig dass es einen gewissen focus testing auf die neuen dann gibt es gibt und man sieht auch immer wieder wenn neue dann in die alpha kommt ist natürlich der dann erst mal sehr sehr bevölkert ja ja alles was was denkst du du bist ja einer und ich glaube einer der wenigen ehrlich gesagt die ich kenne die finden dass das spiel sich zu recht noch im alpha status befindet die meisten anderen leute die ich kenne sagen auch da ist so lächerlich dass blizzard das alpha nennt das schon so weit viel weiter als alle anderen sachen die man so gesehen hat die jemals in alpha waren ist auf jeden fall die längste alpha phase das kann ich so sagen aber was denkst du ja ich habe es natürlich nicht so intensiv gespielt jetzt auch wie andere ist ich meine das was drin ist schon relativ fertig glaube ich finde halt trotzdem dass noch einiges fehlt sonst jetzt dann so der gebieter oder eben auch die klassen von daher denke ich dauert schon noch ein bisschen das hatten wir auch letztens schon mal besprochen mit den alpha beta notation dass es eventuell ist weil eben noch nicht alle specks drin sind ja vielleicht ist es halt so etwas philosophisches keine ahnung aber ich denke es macht halt nicht so großen unterschied wie es heißt natürlich auf keinen fall denke aber trotzdem eben noch dass es schon noch ein bisschen dauern könnte also jetzt nicht der wechsel von alpha zu beta das denke ich dauert jetzt nicht mehr so lang wie gesagt denke ich halt wenn die ganzen klassen drin sind das sollte ja auch nicht mehr so lange dauern aber allgemein denke ich dauert die beta schon noch ein bisschen länger ja das auf der ausrichtung fehlen noch wie viel hast du gefragt vier oder fünf ja mehr glaube ich noch mehr ja ich meine acht okay ja ich gehe aber auch sehr aus auch sehr stark davon aus dass alle gesagt dass die erste beta starten wenn alle specks drin sind damit nämlich die die sich die die eingeladen werden sich nicht benachteiligt für die höhe ich komme mit spüren spielen genau das ist hier kein ist das keine live version vom spiel oder was wenn wenn irgendwelche leute wenn dann leute eingeladen werden dann können sie ihren speck nicht spielen dass sie dann keinen bock mehr haben gleich oder sowas sofort abo kündigen und das spiel installieren so wie immer ja ja es ist sowieso ganz viel über die einladungspolitik natürlich von blizzard aber das war ein ganz anderes thema die finde ich einfach noch sehr sehr verständlich angenehm bitte für uns angenehm auf jeden fall ne ich finde es ja auch verständlich dass man leute einlädt die komplett in ja also im content durch sind weil sie testen jetzt im moment ja vor allen dingen abgesehen vom welt konnte weil du brauchst ja leute die tatsächlich das test es geht ja nicht darum einfach mal so irgendwie hier goodies vergeben sondern es geht darum ein spiel zu testen damit das bug frei released wird das ist ja der sinn von dem ganzen hier natürlich ein bisschen auch pr weswegen zum beispiel wir dabei sind aber grundsätzlich ist erstmal der sinn dass unter bedingungen zu testen die halt ja sinn machen und dazu braucht man natürlich ganz klar die möglichkeit leute zu haben die auch wirklich spielen und viele von denen die so random eingeladen werden spielen halt nicht einfach deswegen hat es meiner Meinung nach schon sinn diese gruppe von leuten einzuladen aber naja ja das stimmt schon für die für den core test quasi bevor ich weiß nicht vielleicht hätten sie auch nett sein können einfach um der community willen dass sie denen die alles klär haben blablabla und wirklich spielen würden bevorzugen dass sie die einfach einladen wirklich so wie jetzt aber dass sie trotzdem halt auch beta also dass es beta heißt und dass sie halt kontinuierlich jede woche ein paar hundert keys raushauen einfach damit die leute sehen dass es vorangeht und dass auch jeder eingeladen wird nicht dass irgendwer bevorzugt wird blablabla einfach so um persönlichkeitsding dass man wie gesagt mark war ich weiß nicht ja ich weiß ja war so ich finde an der stelle nicht dass man da unbedingt auf solche befindlichkeiten rücksicht nehmen muss sondern es geht ja darum dass das spiel gut wird übrigens das geräusch was da gerade war das alex der hat irgendwie so komisches headset ne mir ist nur wieder der stecker rausgefallen dann hat sich es neu unterschaltet würde ich jetzt wie früher im auto auf der fahrt nach hamburg diesen podcast hören wäre ich bestimmt in die leitplanke reingefahren siehst du alex du hast jetzt jemanden umgebracht wenn jemand stirbt bin ich schuld ja übrigens zehn klassen also zehn spezialisierungen sind noch nicht ich habe es gerade mal nachgezählt das ist zum einen der feral ruide der tierherrschaftsjäger feuer ach quatsch feuer ist drin aber akkan und frost fehlen sind wir schon mal bei vier braumeister mönch fehlt fünf holy also heilig paladin und schutz paladin sind sieben heiligpriester sind acht assassination sogar elf übrigens ich habe den brewmaster gerade vergessen assassination keine ahnung wie es sich verwechselt die schurken geschichten immer ist auf jeden fall sind neun und zehn und elf sind dämonologie und zerstörung sexen meister also sehr sehr viele sind elf spezialisierung noch nicht drin und da bisher die neueinführung an spezialisierung bisher immer so bei 45 lag maximal und letztes mal zum beispiel nur drei ist jetzt nicht davon auszugehen unbedingt dass beim nächsten mal schon alle direkt drin sind aber ja aber zum einladen noch mal ich denke schon dass sie noch spiel also später wenn seine beta ist trotzdem auch viele leute einladen werden ganz einfach wegen den massentests hardware verschiedene und so weiter also wir wissen ja schon dass wir kies und viele andere streamer et cetera kies zur verlösung kriegen dann wird es auch irgendwann zum ende hin des ganzen also wenn das ganze fast fertig ist wird es dann irgendwann weitere kies zur verlösung geben und dabei werden dann auch große pressemedien zum beispiel in deutschland kriegt dann so eine komische seite wie die online wo ich immer dachte die gibt es gar nicht mehr oder computerbild spiele games da et cetera die kriegen dann massen keys also bei massen meine ich wirklich tausende die die vergeben können ich schätze mal dass auf der gamescom je nachdem ach so nee das wäre schlimm wenn das noch nicht raus wäre dann das spiel aber egal bei vielleicht in anderen veranstaltungen oder so dass da noch mal keys on mass geben wird wo dann halt wirklich leute noch mal extrem eingeladen werden aber das ist dann halt erst im späteren prozess was ja aber auch mehr sinn macht weil jetzt im moment geht es ja wirklich darum das ganze erst mal fix zu kriegen und wenn das ganze dann fix ist und wenn zum beispiel sich klassen überhaupt zu spielen wie sie spielen sollen weil das sind natürlich diese core spieler sage ich jetzt mal die halt irgendwie aus diesen top 500 gilden kommen oder so die archimont down haben die sind ja die richtigen um genau den entwicklern zu helfen dass das ganze auf den weg gebracht wird weil auch nicht alle von denen spielen natürlich aber die chance dass die leute sich wirklich da einbringen und die alpha spielen und richtig spielen ist natürlich größer als bei anderen leuten muss man einfach so sagen ja also wie gesagt nächste woche auf jeden fall ein bild ich kann mir vorstellen dass die auch vorher kommt übrigens um darauf noch mal kurz einzugehen also ich hätte jetzt gehofft eigentlich montag dienstag mittwoch aber wie du schon richtig sagst kann ich ja sein dass sich das bis auf danach verschiebt ist es nicht unwahrscheinlich dass freitags ein bild kommt wo wir dann hoffentlich wieder neue klassen sehen können aber ja ich finde übrigens witzig um da mal die brücke zu schlagen dass ich offensichtlich die teams bei blizzard nicht so richtig absprechen ich war in so ein dann schon weiß an zu kündigen und am gleichen abend er einen neustart der overwatch beta anzukündigen für denselben abend ja ich weiß nicht genau könnte sich nicht zumindest ein bisschen absprechen in der in dem verein also für schon komisch irgendwie das fand ich auch komisch weil eigentlich ist man ja von blizzard gewohnt dass sie sich nicht gegenseitig im weg stehen blablabla schön alles planen und dann sowas und dann wird es auch noch verschoben und verschieben ja ja gut das war natürlich schon sinnvoll da werden sich wahrscheinlich auch viele community mitglieder beschwert haben weil ich meine dass blizzard titel halt von vielen leuten gleichzeitig gespielt werden gerade auch bei den streamern wahrscheinlich hätten sich dann auch ein bisschen die streamer geärgert in anführungszeichen die dabei sind weil sie können dann jetzt halt hier nicht mit machen bei diesem ja stream sozusagen bei over stream und ach keine ahnung das ist schon sehr sehr komisch gewesen auf jeden fall dass man sich da nicht hat vernünftig unterhalten fand ich ein bisschen ungewöhnlich für blizzard verhältnisse tja so sei es denn keine ahnung ja also wir können es natürlich noch jahrelang darüber unterhalten wann das ganze beta heißen wird warum das noch nicht eine beta ist und etc etc aber das wird ja zu nichts hoffen wir einfach dass blizzard bald mal ein einsehen hat und das ganze umbenennt dann ist diese unsägliche diskussion vor allen dingen auch die leute die haben dann immer wieder korrigieren et cetera hinfällig aber hey letztlich wie alex gerade schon sagt ist völlig irrelevant wie das ganze nur heißt ist halt echt eine philosophische geschichte ne ja ja gut machen wir doch mal mit overwatch weiter weil wir über overwatch gerade so viel geredet haben die beta geht weiter wir hatten darüber ja schon vor zwei wochen oder so mal gesprochen und im prinzip ist in den news die sie hier ja veröffentlicht haben und in der sie angekündigt haben das weitergeht sind ja auch schon fast genau die sachen an die drinnen über die wir gesprochen haben ja und mehr auch nicht gut was sollte jetzt auch großartig mehr reinkommen also vielleicht für alle die es nicht mitbekommen haben gerne mehr über dieses tolle fortschritts- und belohnungssystem reden können aber das wollen sie scheinbar auch bewahren bis die beta los geht ja bis dann halt losgehen dass man es halt auch sehen kann genau also es gibt halt das fortschrittssystem was komplett neu sein wird weil bisher hatten sie auch kein aktives wirklich drin zwei neue karten und eben den neuen spielmodus hatten sie auch angekündigt dass den geben wird und dafür gibt es halt dann auch zwei neue karten anpassungen natürlich bei helden und spiel balance ich habe ja vorher gehört dass vor allen dingen jetzt wenn das spiel wieder rauskommt best schon und reinhard sich komplett anders spielen ich meine alex du kannst dich nur erinnern best schon konnte teilweise schon richtig ätzend sein auf der anderen seite haben halt viele pro player in anführungsstrichen also die halt schon ein bisschen mehr erfahrung darin gehabt haben gesagt dass best schon ziemlich schwach ist weil wenn man nämlich wusste wie man sie handelt war sie wiederum recht einfach zu besiegen deswegen abspricht natürlich ja da war das problem halt dass für neue spieler quasi best schon der endgegner war aber für spieler die halt ja schon ein bisschen erfahrung hatten sozusagen damit war das wiederum eine andere sache naja da werden wir halt einiges sehen denke ich und es gibt auf jeden fall updates bei den privaten spielen zum beispiel auch ki matches wo man gegen künstliche intelligenzen spielt das natürlich vor allen dingen denke ich auch in hinsicht auf e-sports gemünzt ne weil blizzard hat ja immer noch das problem dass das einzige spiel was von ihnen im moment e-sport mäßig unterwegs ist ist ja hearthstone also ich weiß die anderen sind auch e-sport mäßig unterwegs aber wenn man mal ehrlich ist so richtig erfolgreich sind die halt alle nicht ne also im vergleich direkt im vergleich da ist halt hearthstone schon noch ein bisschen größer als heroes of the storm oder auch world of warcraft ne habe ich so zumindest immer den eindruck und das ist natürlich von blizzard ein großer großes ziel daran dass overwatch da sehr sehr gut nachlegt und da halt gut einschlägt kann ich mir so vorstellen zumindest deswegen haben sie da jetzt auch sehr viel energie direkt reingesetzt war war so haben sie am anfang verschlafen ja was erwartet also trotzdem leicht erfolgreich geworfen ja ja das stimmt ja aber wenn man es direkt macht ja was was ich war ja beide schon mal vorher gespielt was erwartet ihr euch jetzt von der beta wir könnten übrigens auch dafür mal beta keys bekommen die wir verlosen fände ich gut ja ja das könnte man mal machen die sache ist natürlich um auch da mal auf fragen auch so kommen zu antworten beziehungsweise das war ich gleich du sagst erst mal was würde ich sagen ach so was man erwartet i don't know denn ich habe ja ich fand das spielgefühl schon ganz gut und was ich erwarte ist ein gutes fortschrittssystem und mehr klassen balancing und bei dem neuen spielmodus ja keine ahnung im endeffekt weiß ich nicht im endeffekt wird sich wahrscheinlich wie das meistens bei solchen spielen ist einen spielmodus herauskristallisieren den alle am liebsten spielen und die anderen werden dann eher so teilweise oder fast nie gespielt und je mehr spielmodi es gibt desto schlimmer wird das habe ich immer so das gefühl dass einige auch gar nicht mehr gespielt werden das sieht man ja auch sehr gut zum beispiel in ww battlegrounds dass da einige komplett ignoriert werden quasi man kann die auch so blacklist und sowas und es gibt halt wie viele battlegrounds hat ww 10 ich weiß es gar nicht gerade und dann regen sich alle ich muss jetzt kurz ausholen tut mir leid dann regen sich alle in legion auf damit mit der ankündigung von legion auf dass ja keine neuen pvp battlegrounds angekündigt wurden wo ich mir denke ganz ehrlich wieso sollte blizzard noch mehr battlegrounds einfügen es gibt schon keine ahnung zehn fragezeichen und davon werden die hälfte vielleicht gerade mal aktiv gespielt und drei davon sind sehr beliebt wieso sollen sie immer mehr einfügen dann sollen sie die alten vielleicht lieber überarbeiten oder irgendwelche rauskicken die nicht mehr gespielt werden aber das ist eine andere geschichte mal ganz abgesehen von dem thema denke ich auch dass es jetzt nicht mehr so viel tolles neues geben wird weil ich meine es ja nicht mehr so ewig bis zum release und das zeug muss auch noch getestet werden zwei neue karten natürlich das ist schon einiges an content aber ich denke auch dass wir da aufpassen müssen dass es nicht zu viele karten werden vor allem nicht zu viele verschiedene spiel modi was er dann doch recht schnell verwirrend wird und auch für e-sports eher unattraktiver wird der roll wird ja auch nur ein spielmodus zum beispiel gespielt ja bewusst auch also es gibt spielmodi die halt immer so wie hast du quasi das karten chaos unregelmäßig kommen damit es halt nicht langweilig wird wenn das dauernd aktiv ist aber wie wir oder ich bin auch der meinung dass da halt einfach nicht mehr so viel kommt außer dass was sie jetzt halt noch reinpacken und das ist dann auch die release version so wie alle ich sagte und ich weiß wir wiederholen uns oder ich hätte wiederholen mich immer wenn es um overwatch geht aber weiterhin heißt es ja das ist das erste spiel scheinbar in dem franchise und irgendwann geht es weiter und ja so vollgepackt muss es dann ja auch nicht mehr werden wenn es eh irgendwann wahrscheinlich abgelöst wird oder weiß ich nicht wie sie das haben wollen ja ja ob jetzt der abgelöst das richtige wort ist wenn halt ein mmo zum beispiel dazu rauskommt ist so die frage aber ja also was ich gerade noch sagen wollte zu beta ich glaube nicht übrigens dass sie bei der overwatch beta gleiches machen wie bei der ww beta also die ist generell ein bisschen kleiner denke ich als die legion beta und wird es auch bleiben weil natürlich ist es bei overwatch schon spiel wo du nicht langfristig damit meine ich halt unbegrenzt und das ist ja bei overwatch so solange die beta da ist kann man unbegrenzt overwatch spielen werden sie nicht einer großen masse einer richtig große masse erlauben overwatches zu spielen weil das ein vollpreistitel ist und ähnlich wie auch jetzt zum beispiel bei diablo wo man halt immer nur teilweise das ganze also nur zum beispiel beginn von akt 1 damals et cetera testen kann wird es halt hier bei overwatch dann sein dass man deswegen die menge an leuten ein bisschen geringer hält dafür gibt es natürlich dann immer wieder mal diese stresstestteile denke ich auch in zukunft wo man halt dann ganz ganz viele leute drauf lässt mal für ein wochenende was ja auch geht und ich denke dafür müssen die leute da draußen auch verständnis haben weil ich habe ganz oft unglaublich erzürnte leute gelesen die richtig sauer waren was ich überhaupt nicht verstehen kann dass sie halt nicht reinkommen und ich meine blizzard also als ob blizzard da persönlich gegen sie quasi vor geht mit dem nicht einladen und da müsst ihr halt wirklich mal einsehen die bis ja am ende des tages das spiel auch noch verkaufen und wenn sie das jetzt hier für free für ewig zeiten an alle weg geben hat dann vielleicht einer nicht mehr die lust sich das zu kaufen und ja das ist halt auch einfach so eine sache deswegen denke aber sie werden das stresstest machten oder mehrere das ist ja genau so ja aber halt nur kurz bekommen zum testen ja klar aber ich das reicht ja auch um es auszuprobieren eigentlich genau da denke ich könnt ihr dann alle vielleicht reinkommen vielleicht sogar so dass sie mal so ein komplett open beta wochenende quasi machen kurz vorm release das konnte ich mir auch sehr gut vorstellen um halt wirklich das einfach mal anzuspielen ich weiß auch nicht ob es irgendeine probeversion geben wird keine ahnung ich könnte mir schon vorstellen in irgendeiner form aber wie die dann aussieht wird man sehen müssen ja ohne da zu weit auszuholen ich denke dass was das auf jeden fall machen sollten irgendeine möglichkeit für spieler das erstmal auszuprobieren bevor sie da das kaufen weil halt die einstiegsschwelle doch recht hoch ist mit dem preis von mit dem vollpreis von 60 euro oder sowas ist es gibt es ja zwei varianten ja gut aber 44 ist glaube ich die normale also 60 voll titelpreis quasi natürlich bei gamelan übrigens günstiger an dieser stelle muss ich ja natürlich erwähnen ich glaube 34 99 oder so kostet die normale variante um den dreh ja genau das denke ich zu oberworts oder hat einer von euch noch was zu oberworts ne ich finde es halt interessant das thema mit dem ob es e-sports erfolg haben wird weil ich habe da ja noch meine zweifel aber das ist weil es vollpreistitel ist ja die einstiegsschwelle ist halt recht hoch und auch mit den konsolen versionen weiß ich nicht wie das dann sein wird werden dann alle derselben konsole spielen quasi oder wird nur pc als e-sport unterstützt et cetera aber das wird man sehen müssen das wird man sehen müssen aber ich weiß nicht ob jetzt wirklich für die leute die tatsächlich bei so turnieren et cetera spielen wird es wahrscheinlich unerheblich sein ob das spiel geld kostet weil die haben ja genug kohle und wenn man natürlich das durch so eine elite anschieben lässt zum beispiel könnten dann wiederum auch massen folgen und sich das hat kaufen auf anderen seite das muss man sehen auf anderen seite wenn sie ja keine dlcs wie sie auch schon gesagt haben rausbringen sondern das wird alles halt inklusive sein ist ja auch eher ungewöhnlich ich meine andere titel haben immer direkt ja ihren season pass et cetera und man muss sich irgendwelche dlcs dazukaufen von daher ist es hier schon was anderes wenn ihr overwatch kauft habt ihr alles ihr müsst nicht irgendeinen season pass ihr müsst nicht irgendwelche dlcs kaufen oder so nicht mal als helden weil es keine weiteren helden geben wird oder karten haben sie schon gesagt wenn es sowas gibt karten et cetera werden die halt alle inklusive sein ja klar wenn du es jetzt vergleichst mit mit titeln wie battlefield oder so die haben natürlich auch eine e-sport 10 aber die ist jetzt winzig im gegensatz zu past und zum beispiel ja ja bin ich halt gespannt wie das sein wird apropos half stone als hätten wir uns heute überleitung tolle überleitung ja ja da hat ja quasi in der half stone welt am dienstag meine ich war es ein bisschen der boden gebebt denn blizzard hat eine unglaublich große ankündung gemacht die größte sicherlich mit in half stone überhaupt weil wenn ihr euch überlegt half stone hat bisher ja davon gelebt dass man halt quasi ein abenteuer rausgebracht hat danach eine erweiterung dann abenteuer und die leute haben gedacht es wird ewig so weitergehen dadurch gab es natürlich ein paar probleme ben brode hat zum beispiel im letzten jahr schon mal einen blog quasi kann man sagen also einen video blog verfasst wo er sich mit diesen ja mit diesen befürchtungen einfach der spieler auseinandergesetzt hat zum einen dass es so eine hohe einstiegsschwelle halt hat zum anderen dass es halt ja immer diesen drang gibt quasi karten zu entwickeln die besser sind also jetzt am beispiel von dr boom zum beispiel dass man dann irgendwann eine karte entwickeln muss die quasi mega dr boom ist und ne halt so was immer ablöst und darüber hat er halt gesprochen und im prinzip nehmen sich diesen beiden änderungen diese neue oder hat sich blizzard denen in diesem rahmen dieses blog post angenommen mit zwei ja neuen formaten für half stone alex hier spielt jetzt ja in letzter zeit recht häufig half stone habe ich gesehen ja ein bisschen öfters auf jeden fall ja nicht 24 stunden am tag aber hin und wieder ja um halt ein bisschen höher zu kommen als vorher und du hast da definitiv eine meinung blizzard hatte übrigens falls ihr das nicht wusstet schon im letzten jahr irgendwann ich glaube oktober oder sowas hatten sich schon einige der top half stone menschen eingeladen um darüber zu sprechen und hatten auch schon mal diese idee wohl vorgestellt zum beispiel also kibla hatte das erzählt in einem video wo er seine meinung zu diesem neuen half stone formaten zu dem standard und zum wild format gebracht hat also das ist jetzt nicht so dass blizzard das einfach out of the blue entschieden hat sondern sie haben schon versucht da auch die spieler reinzuholen finde ich gut deswegen wollte ich das immer vorweg sagen aber vielleicht noch mal für alle leute die gar nicht mitbekommen haben was da passiert ist ich weiß auch gar nicht ob an die sich das zum beispiel durchgelesen hat weil du bist glaube ich ich sag mal ein sehr sehr wenig enthusiastischer half stone spieler oder ja ich hab's mir durchgelesen ja und fand das kommen wir gleich zu genau es gibt halt zwei neue half stone formate wo jetzt im moment quasi ihr einfach auf spielen geht kann man sagen gibt es dann die möglichkeit dass in zwei formaten zu spielen a im standard format und dann b im wild format das wild format ist im prinzip das format was ich jetzt auch schon kennt also es sind alle karten verfügbar die jemals in half stone rausgekommen sind und jemals rauskommen werden das ist das wild format für e-sport für turniere wird aber zukünftig das neue standard format die regel sein und beim standard formate sind nur die karten ja quasi zulässig die innerhalb der letzten zwei kalenderjahre rausgekommen sind also es bedeutet sobald dieses format live geht und wenn ich das richtig in erinnerung habe geht das mit der nächsten expansion live und das ist dann auch in den folgejahren so dass quasi sobald in einem neuen kalenderjahr wie zum beispiel jetzt in diesem das erste die erste neue erweiterung rauskommt werden die erweiterung aus dem vorletzten kalenderjahr raus gelöscht also erweiterung und abenteuer aus dem standard format bedeutet also wenn die nächste neue erweiterung und dieses neue standard format eintrifft wird weder das naxxramas abenteuer noch goblin versus gnomes in diesem standard format vertreten werden sprich alle karten die dazu gehören sind auch nicht mehr verfügbar um mal ein paar aufzuzählen dr boom ja als große anfang dann zum beispiel ich weiß leider nicht die deutschen namen das ein bisschen doof vielleicht an der stelle den sludge belcher das ist also diese fünf mana tank karte aus der naxxramas abenteuer geschichte wo dann ein weiterer tank daraus erscheint quasi er wird auch nicht mehr drin sein oder diese spinnen die mit todes räuchern zwei kleine spinnen spawnen dann auch loater ganz groß richtig genau der für den paladin auch für secret paladin deck wichtig zum beispiel der schildert minibot also der alten gottes schild hat dieser minibot für zwei mana oder auch ist auch ein paar das secret aus nax revenge ist wichtig was halt wenn minion stirbt den anderen minion ich glaube plus drei und zwei gibt und gerade noch genau hier wo man halt auf anhieb drei eins einser als paladin holen kann etc das sind alles karten die fliegen raus die sind also nicht mehr verfügbar im standard format und das ist auch mal eine sache man kann weder das abenteuer also curse of naxxramas noch goblin versus gnomes die erweiterungskarten ab diesem zeitpunkt noch käuflich erwerben das ist auch noch mal zusätzlich ein punkt da drin also quasi für turniere und für sachen fliegen diese karten raus und man kann sie auch dann nicht mehr werden im wald modus kann man sie übrigens weiterhin einsetzen ja aber eben nicht mehr woanders ja das hat natürlich zu einer vielzahl an reaktionen geführt werden sicherlich gleich einige davon hier auch hören nicht zuletzt wollten leute ihr geld zurück ja kann ich euch schon jetzt sagen aber hören wir doch erstmal was die beiden dazu sagen ich weiß nicht wer anfangen mag ich nicht gut anfangen ich mal ich habe im prinzip zwei meinungen dazu grundsätzlich kann ich verstehen aus der perspektive von blizzard und ich finde es auch wirklich interessant für so turniere und so weiter beziehungsweise für die pro szene allgemein dass es halt abwechslungsreichere decks gibt logischerweise und das meter im stetigen wandel bleibt das sieht man auch bei karten spielen wie magic da ist es genauso die haben auch immer eine rotation quasi von karten die sich immer wieder ändern wenn neues set rauskommt das nur die aktuellsten karten verwendet werden können im prinzip als spieler selber finde ich ehrlich gesagt nicht so gut ganz einfach weil man dann meiner meinung nach immer gezwungen ist quasi die aktuellsten karten zu kaufen wenn ich also ich habe jetzt eine weile gespielt hast dann und habe langsam ein paar decks angebaut die auch wirklich gut sind und bin halt jetzt auch davon ausgegangen dass ich die auch weiterhin spielen kann auch wenn natürlich immer wieder neue decks dazukommen du bist aber natürlich auch jemand muss man sagen der recht spät quasi mit hafstone angefangen hat von daher von dieser thematik betroffen war das vielleicht auch nochmal als hinweis für die leute draußen das wissen die ja nicht ja das stimmt natürlich aber auch wenn man denke ich von anfang an free to play hafstone gespielt hat wird man jetzt nicht alle karten haben außer man hat sehr sehr viel gespielt also ohne geld auszugeben natürlich wenn man natürlich karten gekauft hat das ist was anderes habe ich ja auch gemacht und mir fehlen trotzdem noch einige karten und von daher finde ich das eben ja ein bisschen blöd dass es halt jetzt nachträglich angekündigt wird dass meine ganzen karten quasi nutzlos sein werden die ich gekauft habe ich fände es nicht so schlimm wenn es halt vorher klar ist dass die karten irgendwann mal auslaufen und ich mit diesem wissen dann die karten kaufe dann ist es was anderes finde ich aber jetzt halt rückwürdig zu sagen die karten werden nutzlos sein finde ich halt blöd ich kann es verstehen wie gesagt aus der perspektive von blizzard aber als spieler selber finde ich es nicht so toll da wie du gesagt hast dann auch schon andere spieler gejammert im forum zweifel post jemand der 6000 dollar ausgegeben hat für haastone und sich alle goldenen karten gecraftet hat das ist natürlich noch ein bisschen extremer weil diese goldenen karten natürlich jetzt überhaupt nicht mehr eingesetzt werden können außer natürlich im wald modus wo es aber kein ja der wird halt nicht unterstützt er hat da auch eine tolle analogie geschrieben wenn man ein bisschen mehr zahlt damit man halt ein tolles bw modell bekommt und man mit dem dann schön über die straßen fährt und irgendwann bekommt man sagt man kann zwar nicht mehr auf der straße fahren aber man darf im im hinterhof quasi noch fahren man soll sich doch nicht aufregen dass es eben dieses mit dem wald modus das ist halt einfach nicht der richtige spielmodus und von daher finde ich halt viele spieler da ein bisschen verarscht von blizzard vor allem weil man natürlich die karten nicht entzaubern kann in das was ja dann wieder ein bisschen okay wäre aber ich kann auch da verstehen natürlich wenn man die vollpreis entzaubern könnte müsste man sich jetzt einfach nur ein paar packs kaufen und hätte dann sehr sehr viel staub ja von daher ist es ein bisschen schwierige situation wo ich nicht endgültig sagen kann was ich jetzt davon halten soll ja weiß ich finde auf jeden fall gut dass du noch mal auch den formposter angesprochen das habe ich auch gelesen ist natürlich krass überhaupt also für leute wahrscheinlich auch da draußen sich teilweise vorzustellen dass jemand tatsächlich 6000 dollar ausgibt um wirklich quasi jede karte zu haben dafür müsste man nicht so viel ausgeben aber auch noch jede karte in gold glaube ich hat er zu haben das natürlich dann jetzt ein bisschen ernüchtert und natürlich hast du vollkommen recht klar es gibt diesen wald modus noch aber er ist natürlich tatsächlich so ein bisschen hinterhof mäßig drin allerdings finde ich jetzt für ihn kann ich das verstehen aber du meinst ja auch für quasi hobby spieler die nicht so häufig spielen muss ich sagen für die kann ich das ehrlich gesagt nicht verstehen weil ich finde wenn man nur hast du ein hobby spielt dann kann man auch mit seinem jet setting weiterhin auch im hinterhof spielen die werden dann ja auch nicht so mega viel kohle ausgegeben haben findest du ja also ich das halt meine persönliche philosophie und ich denke auch die von vielen anderen spielen dass man halt den richtigen modus spielen will ich meine lol spiele ich auch keine normal games sondern nur rank weil es halt keine ahnung es bringt halt nichts quasi oder also ja in woe spiele ich nicht lfr sondern mg mythic raiden weil ich halt den richtigen content was sehen will und die ja den richtigen modus haben möchte und nicht eben was ja den hinterhof das verstehe ich natürlich ich oder man wird jetzt gleich merken dass ich eher ein befürworter dieser thematik bin weil ich halt einfach sehr auch wenn er zum beispiel mein secret paladin deck was ich was halt so eingängig ist zu spielen ganz gerne zwischendurch spiele was natürlich dadurch in anführungsstrichen zerstört wird weil natürlich wird schon richtig sagen will man den normalen modus im normalfall spielen denn jeder in gewertet etc spielt und nicht irgendeinen hinterhof modus aber letztlich bringt das natürlich auch abwechslung weil wenn ich mir jetzt vorstelle dass ich quasi alle decks die ich mal irgendwann gut finde und die mal irgendwann gut waren kann ich quasi ewig ewigkeiten so weiter spielen das ist schon problematisch weil dann hat man einen gewissen stillstand und stillstand ist halt nie so richtig gut für ein spiel das behindert halt den fortschritt und ich denke blizzard hat recht in der form als dass irgendwann wenn es halt so weiterläuft halfstone daran tatsächlich gestorben wäre dass man immer wieder und immer wieder nur dieselben karten hätte eingesetzt aber das hat man ja nicht weil wenn du überlegst so sagen karten wie reno jackson die jetzt erst kürzlich eingeführt wurden haben wieder einen komplett neuen deck typ dann eröffnet genauso wie der mysterious challenger durch den ja erst überhaupt der secret paladin möglich wurde von daher gibt es schon karten mit dem man das meter auch aufwirbeln kann aber klar ist es gibt auch karten extremen oder wo die jeder sagt hey du musst ein dr boom craften ja dr boom ist beste karte wo gibt ja wer also wie viele es gibt halt schon unheimlich viele decks will ich einfach sagen mit dr boom ja weil dr boom einfach eine extrem gute karte ist und natürlich finde ich irgendwo schade dr boom quasi dann ab ja in paar wochen wahrscheinlich schon wie man blizzard kennt wenn sie irgendwann sagen das ist die neue erweiterung curse of keine ahnung grain und in einer woche könnt ihr sie spielen so wird es ja wahrhaft und immer sein und daher ist meiner meinung kalt da einfach dass natürlich es schade auf der einen seite dr boom nicht mehr einsetzen können oder auch einige der anderen karten aber das ist halt ja so eine geschichte die dem ganzen auch ein bisschen frische immer weiter verleiht ja das ist ja das ist ja auch das was ich gesagt habe klar das verstehe ich an dem punkt aber ich finde es halt trotzdem rückwirkend blöd dass man sagt jetzt sind deine karten nutzlos ja gut man hat halt aber nur wenig möglichkeiten also klar ist irgendwo rückwirkend aber was soll man halt machen man kann ja nicht irgendwie also wie soll man es halt anders machen das ist glaube ich ein schwieriger punkt denn sich blizzard da auch oft gestellt hat kibler übrigens hat zum beispiel auch noch mal einen ganz anderen punkt angesprochen den er als problematisch empfindet und zwar was ich bis jetzt noch nicht gesagt habe ist ja dass die klassischen basis karten und die klassischen ja also die klassik pack karten die man sich damals schon im classic game kaufen konnte und die man jetzt auch jedes mal jede woche im tavern brawl bekommt die werden immer bestandteil des standard format sein was natürlich teilweise ein problem ist weil auch da gibt es ja karten drin die bestimmte deck typen so richtig stark machen also zum beispiel bilden du den druiden hat er da als beispiel genannt der ja als deck typ da vor allen dingen diese diese rush geschichte hat weißt du was ich meine der mit den streiten mit seinem force of nature und genau dings und und ja stimmt natürlich also zum einen hat blizzard natürlich gesagt dass einige karten balancen werden solche classic karten wie sicher auch die druiden karten mit dieser kombo genau die man dann auch in dem fall dann auch für den vollen staub entzaubern kann was gut ist finde ich ähm aber blizzard sagt halt dass die klassen halt eine gewisse identität haben jeweils diese halt beibehalten wollen und vor allem für neue spiele halt dass es ein bisschen einfacher ist da reinzukommen das kann ich ja auch verstehen aber ich kann natürlich auch den punkt von kibler da verstehen vor allem auch ich glaube denktyrion hat er auch erwähnt beim parlor ist ja auch ein starkes legendary wo man halt nicht weiß muss man die unbedingt immer im spiel haben ja ist auf jeden fall ein problem ich verstehe natürlich dass man irgendwie so ein gewisses basis ding einfach da haben will und ich glaube hätte man die basis karten auch noch rausgenommen wäre es vielleicht sogar noch ein größerer aufschrei gewesen dabei ich weiß nicht wobei curse of max ramas und gerade auch goblin versus gnomes dadurch dass es einfach die erste erweiterung war werden schon sicherlich viele leute vieles von haben aber ja vielleicht hören wir uns mal an ich meine andy spielt glaube ich wirklich ganz ganz selten hast du und ist also jemand der da so gar nicht richtig drin ist und er so ein bisschen aus und vor von daher ist auch noch mal interessant glaube ich deine meinung zu dem ganzen zu hören was jetzt ja hier auch noch mal ein paar punkte gehört die wir so ein bisschen gesammelt haben weil wir uns darüber natürlich auch so ein bisschen interessanterweise oder interessens mäßig informiert haben bist denn deine ansicht dazu ehrlich gesagt sage ich da nicht so zu viel weil ich echt null ahnung von dem ganzen zeug behaupten habe ich weiß nur dass es sehr komplex werden kann und das war es dann auch schon und deswegen brauche ich nicht mal genug meinung da kunst zu tun weil die eh falsch sein wird aber soweit ich euch jetzt zugehört habe und ich auf jeden fall eure meinung auch alle verstehe bin ich auch so ein bisschen soweit ich das verstanden habe wäre ich als wirklich ja harter casual spieler der aber nicht im hinterhof spielen will wie ihr es genannt habt sondern schon gerne dann auch bei den normalen neuen anführungsstrichen spiele wäre ich schon glaube ich ein bisschen angenervt davon dass man ein bisschen gezwungen wird sich diese neuen karten zu kaufen wie alex meinte wenn ich das richtig verstanden habe allerdings wiederum sehe glaube ich dass die hardcore leute die ja wirklich diesen den den anderen modus oder wild ist der wo alle spielen und standard ist der wo turniere et cetera drin gespielt werden genau den dann ja auch alle bevorzugen eher oder nicht wahrscheinlich ja ja schon angekündigt genau die leute die da drin spielen die würden sich ja eh die neuen karten kaufen sag ich mal blöd und die normalen casuals die denen ist das glaube ich eher egal wo sie dann spielen ich glaube ich bin da eher so eine ausnahme weil ich schon gerne immer die richtigen sachen spielen will aber ich glaube das ist bei den normalen casuals die halt einfach mal immer so manchmal hier und manchmal da spielen ist das glaube ich gar nicht so der drang dass sie in diesem modus spielen wollen sondern sagen sie ob mache ich halt in diesem wild modus meine sachen ich spiele das spiel nur um spaß zu haben und nicht um irgendwie in den ranglisten hoch aufzusteigen könnte aber auch sein dass ich mich da irre wie gesagt ich kann ich mit dem spiel nicht so wirklich aus aber was mich halt immer genervt hat war dass es halt diese eine mehr hatte karten gibt die immer irgendwie besser werden oder irgendwie neu hinzugefügt werden müssen damit es eben abwechslung gibt damit es nicht still steht wie du meintest und dieser wild modus ich weiß nicht wenn wir jetzt ein zwei jahre vielleicht oder so wo bei sich das wahrscheinlich dann auch noch mal ändert wie diese modi und sowas funktionieren wenn man da mal ein bisschen in die zukunft blickt dann gibt es weiß ich nicht wie viele hunderte von karten und ich glaube irgendwann wird dieser wild modus überhaupt nicht mehr funktionieren weil es einfach viel zu viele mechaniken und sowas gibt finde ich auch interessant blizzard sagte sie wollen den wild modus balancen beziehungsweise die karten für beide modi balancen aber das verstehe ich nämlich nicht wie das funktionieren soll glaube ich ja da ist sich jeder einig dass es absolut unmöglich sein wird ja da können wir auf jeden fall gespannt sein was blizzard da vor hat in der hinsicht keine ahnung ehrlich gesagt also finde ich auf jeden fall ne man hat ja auch ja ok magic the gathering ich weiß nicht ich kenne mich überhaupt nicht in dieser kartenspielszenen aus ich habe vorher jojo gespielt und fand das ganz toll und das war es dann auch schon ähm aber ich weiß ja auch nicht wie das andere spiele so handhaben weil bei den wirklich alten spielen sowas wie magic da kommen ja auch immer neue karten raus und ich weiß ja nicht wie die das machen aber ich sehe das schon als ziemlich große herausforderung immer neue karten reinzubringen und trotzdem irgendwie eine balance zu haben äh und ja das hatte ich ja gerade ganz kurz erwähnt bei magic ist es genauso wie es jetzt house down macht also die haben auch immer nur die vier oder fünf aktuellsten sets dürfen in den turnieren verwendet werden wobei ich es halt bei magic ein bisschen anders finde weil man die karten halt auch tauschen kann logischerweise weil es ja ein physisches kartenspiel ist und man so schneller seine decks aber in die casual richtung also ohne turniere und irgendwelche ranglisten gedanken äh da ist das auch einfach ein großer wüst von eine milliarde karten und ja wähle am besten irgendwie die besten aus oder davon gehe ich aus also ich spiele magic nicht selber aber ja ja ich habe aber das aber ich glaube das ist einfach normal bei so kartenspielen ich glaube da gibt es keine lösung für wie auch außer man bringt einfach keine karten raus was auch langweilig ist weil wir gesagt stichstand ist an der stelle der tod für so ein spiel und daher ist schon sinnvoll sowas zu machen muss man ganz klar sagen oder man könnte auch wenn man nur ein online kartenspiel hat so wie es hast du im endeffekt ist könnte man einfach sagen wir löschen einfach alle karten die es gibt und fangen wir von vorne an oh wow da würde man sich natürlich weit weniger unmut von äh spielern die was gekauft haben zu zehn hast du kriegen einfach das geld zurück du solltest vielleicht oh ja also da würdet ihr dann wahrscheinlich an der stelle die aktionär aktionäre kommen und sagen hast du noch einen schaden warum soll man denn überhaupt was verkaufen ne also äh merkst du selber ne man kriegt erfolgspunkte dafür oh wow oh wow super geil andy du hast immer bessere vorschläge erzähl mir mehr äh ja gut ähm also ihr seht schon da gibt es einige unterschiedliche meinungen und ist auch ein sehr sehr interessantes thema ich denke ähm Blizzard wird sich jetzt ganz ganz genau nochmal das feedback von allen anhören sie haben ja wie gesagt sich top leute wie Kibler und ich denke da wären auch noch andere äh dabei gewesen sein wer jetzt alles dabei aber weiß ich nicht genau haben sich ja im vorfeld äh reingeholt und äh haben sich die äh sachen dazu angehört was die denken und sie werden sich jetzt aber auch nochmal die äh angucken was die große masse denkt und da werden wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten wochen ähm schon die ankündigung sehen ich äh hab ja gedacht äh dass die neue erweiterung spätestens auf der PAX angekündigt wird Problem in Anführungsstrichen ist dass die PAX glaube ich dieses Jahr erst im April ist dauert also noch ein bisschen und äh ja da müssen wir mal gucken wie es dahingehend weitergeht und was sie da jetzt dann letztlich äh als äh endgültige Lösung ähm um mal hier das Wort Endlösung an dieser Stelle zu vermeiden äh herausarbeiten ja mal gucken oder hast du noch was äh zu sagen Alex zum Thema ne ich fällt mir grad nix ein ja gut dann würde ich doch sagen gehen wir äh über zu einem von Andis äh Lieblingsthemen in dieser Woche nämlich äh äh sein Referat zur Konfusion um den Starttermin für World of Warcraft Film für den World of Warcraft Film äh ist immer einer äh äh ich muss überlegen was ich dazu sagen möchte äh ich fand ich fand interessant dass es überhaupt eine Konfusion gab weil also es ist ja irgendwie rausgebrochen aus allen äh ah ja jetzt weiß ich auch wieder äh was ich erzählen wollte genau ähm dass es eine Konfusion gab war einfach ich weiß nicht ob ich das vercheckt hab oder ob das einfach viele vercheckt haben weil wie ich dir ja auch schon schrieb äh haben mich wirklich mehrere öfters mal gefragt und hä wieso jetzt auf einmal Juni ist doch im Mai bla 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 äh und um kurz zu erklären wovon wir überhaupt reden ist der Release Termin des äh WoW Films der ja in Deutschland am 28. Mai 28. Mai ist und in Amerika am 10. Juni so das äh ist jetzt ganz klar und äh offiziell schon länger aber seit Monaten quasi ja ja richtig ähm äh aber äh dann kam am ich glaube Dienstag oder Mittwoch war es auf WoW Head oder auf allen anderen WoW Seiten äh WoW Seiten auch die Meldung ja äh der Release Termin in Great Britain also England ist ähm ähm am 30. Mai so und dann äh hab hab ich das zu Patrick geschrieben von wegen schon komisch dass dieser Film in den ganzen großen Ländern sag ich mal wo solche Blockbuster Teile eigentlich meistens äh zum gleichen Release Termin kommen dass der so aufgespittet ist und dann hatte er mir halt ein paar Seiten gelingt wo dann die ganzen Release Termine mal aufgelistet waren ja und dann ist mir mal so aufgefallen dass das irgendwie ganz schön kompliziert ist und dann machen wir doch einfach mal neue News dazu wo ganz klipp und klar aufgelistet ist wann der Film denn jetzt überhaupt kommt und damit mal so ein bisschen aufgeklärt ist dass wir Deutschen das Glück haben wobei die Franzosen noch ein bisschen glücklicher sind den Film als einer der Ersten zu sehen die Franzosen dürfen ihn glaube ich schon am 27. Mai oder irgendwie sowas sehen wie dann am 30. und die Amerikaner was echt komisch ist finde ich äh können ihn erst am 10. Juni sich anschauen zumindest wenn sie es auf legaler Weise im Kino in Amerika machen mhm ja und meiner Meinung nach war das schon ein bisschen verwirrend weil es halt fast so viele Release Termine gab und auch in Trailern wird halt immer Juni angegeben obwohl es in Deutschland halt im Mai rauskommt und dann hat mich äh kann ich ja zum Beispiel auch sagen Janine, die Tiki, die er früher für wenigen auch gemacht hat die hatte mich auch dann öfters mal angeschrieben und gefragt hä? sind die irgendwie bescheuert? äh bestimmte andere deutsche Seiten wieso schreiben die, dass das im Mai rauskommt? das kommt doch im Juni bla bla ja ja keine Ahnung ganz klar ist jetzt 28. Mai äh 30. Mai äh Deutschlande 28. Mai war richtig 28. Mai, Entschuldigung guck ich bin immer noch verwirrt anschein und 10. Juni äh das wie heißt das Amerika interessanterweise um diese lustige Story die ich nämlich Patrick dann 100 Mal am Tag geschrieben habe ähm zu erläutern haben wir diese News als einzige gemacht und ein paar Stunden später stand sie auf einmal auf allen anderen Seiten die es gibt auf dieser Welt hey hier sind mal die Release Daten von allen Ländern wo der WoW Film rauskommt um hier mal ein bisschen die Verwirrung zu lüften scheinbar war ich nicht der Einzige der verwirrt war fand ich gut ja ja ich fand fand auch geil dass äh es gab so äh einige Blogs die ich gelesen habe wo dann drauf stand irgendwie so als äh unglaubliche News wir kriegen den WoW Film 10 Tage vor ja so geil wirklich erzähl mir mehr Neues ja haben wir also keine Ahnung es war wirklich irgendwie so äh für mich sehr sehr irritierend wie das dann an der Stelle wo ich dachte das wüsste eigentlich schon jeder wo es offensichtlich nicht jeder wusste und äh wo das wäre auch ganz klar so eine News wieder gewesen die wir uns schon mal unterhalten haben wo ich einfach gesagt hätte das ist jetzt ja keine News mehr ich meine jeder weiß dass der Film bei uns am 28. Mai rauskommt und äh in den USA aus was für Gründen auch immer keine Ahnung am 10. Juni und das ist jetzt nichts Neues aber für viele war es was Neues wieder und deswegen hätte ich wahrscheinlich jetzt wieder gesagt wir machen keine News dazu ähm weil das ist ja nun ne irgendwie äh Kamelle eine alte Kamelle und äh nicht interessant einfach wen wird das schon noch interessieren aber hat unglaublich viele Leute glaube ich äh noch interessiert und ähm ja vielleicht hat die Leute auch nur interessiert wirklich wie aufgespieltet dieser Film überall rauskommt könnte auch sein aber diese aber diese bescheuerte Headline der WoW-Film kommt 10 Tage früher in Deutschland raus wo es überhaupt keine Info noch mal gab sondern es gab nur diesen Tweet von wegen in England kommt der am 30. raus und überhaupt keine Intention zu sagen in Deutschland kommt der übrigens 10 Tage früher raus und dann schreiben irgendwelche Seiten wusstet ihr das eigentlich wir wussten das überhaupt nicht ist nur schon seit einem halben Jahr bekannt naja naja ich weiß nicht ob es ein halbes Jahr ist aber auf jeden Fall schon lange wirklich mehrere Monate ja Alex hast du das auch mitbekommen diese Aufregung um den Release ja ein bisschen so nebenbei hab ich es gelesen ich meine ich hatte auch irgendwo einen Grund gelesen warum es in den USA später ist aber ich weiß es jetzt nicht mehr ich such gerade schon nebenbei in den Kommentaren von Wendin hat jemand geschrieben wegen der Europameisterschaft die beginnt am 10. Juni irgendwie sowas aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dass das daran liegt aber schon vorstellen könnte sein I don't know na klar deswegen könnte ich mir schon vorstellen dass man den halt früher releasen will aber da verstehe ich nicht warum man den in den USA dann später releast gut da können natürlich auch wieder in den USA andere Termine also andere Blockbuster oder so mit einspielen aber ich es sind natürlich so dass nicht alle Blockbuster weltweit gleichzeitig veröffentlicht werden vielleicht ist da irgendwas in dem Bereich also Ende Mai was in Deutschland noch nicht rauskommt aber in den USA das könnte ich mir halt auch vorstellen was ich halt während ich die News geschrieben habe was mir so in den Gedanken gekommen ist Blizzard wird den den World Cup Film ja ziemlich hart abfeiern denke ich mal mit irgendwelchen Veranstaltungen und Events und frag mich nicht und wir haben ihn dann schon lange gesehen und 10 Tage später fangen sie dann erst mit diesen Aktionen an was glaube ich so ein bisschen blöd für uns Deutsche sein wird weil das Feeling oder der Hype ist dann quasi schon weg weil man hat ihn schon gesehen und in Amerika kommt das dann gerade erst und dann haut Blizzard die News und Videos und weiß ich nicht was für Events raus ich glaube dass das ein bisschen blöd wird aber ich denke die PR Kampagne wird natürlich in Europa ja die wird früher starten wahrscheinlich es ist schon ein großer Markt für Blizzard also darf man nicht vergessen Europa ist schon kein kleiner Markt für Blizzard und da glaube ich schon dass sie da einiges reinhauen werden und da wird man mal sehen wie das Ganze sich da verhält aber ja interessant apropos Aktionen die Blizzard zu dem Film macht ja tolle Überleitung wieder wir haben ja heute beziehungsweise auch das war irgendwie vor einigen Tagen auf Reddit und hat sich dann später von Blizzard bestätigt also ich war mir nämlich als ich das zum ersten Mal auf Reddit gelesen habe war ich mir nicht ganz so sicher ob das überhaupt wahr ist aber erstmal zu dem Thema worum es überhaupt geht da hat jemand halt einen Screenshot gepostet aus der Umfrage die er von Blizzard zugeschickt bekommen hat und wo er gefragt wurde wie er es fände wenn es so eine mit jeder Eintrittskarte zum Warcraft Film verknüpft wäre ein Key also quasi eine digitale Kopie einer eines Bundles eines sozusagen Ultimate Movie Bundles von WoW wo dann halt alle Expansions exklusive Legion also wirklich von The Burning Crusade bis hin zu aktuellen Warlords of Draenor Erweiterung wären da drin und zusätzlich ja auch außerdem einen Monat Spielzeit und ein Ingame Item was auch immer das jetzt sein wird das geht da noch nicht das ist natürlich noch ein anderes Thema worüber wir uns gleich nochmal unterhalten können aber wo halt das drin ist und natürlich das wäre dann die Möglichkeit für Blizzard wie sie es nutzen könnten quasi ja die Spielerschaft beziehungsweise die Zuschauerschaft ins Spiel zu bekommen entweder Leute die schon ewig keinen WoW mehr gespielt haben zum Beispiel oder aber auf der anderen Seite komplett neue Leute da rein zu kriegen und das ist denke ich da an der Stelle so ein bisschen natürlich ihr Plan man muss ja sagen dass ich mir auch vorstellen könnte zum Beispiel dass man diesen Key vielleicht auf alte Accounts dann anwenden kann also ich sag mal jemand der in Wrath of the Lich King aufgehört hat zu spielen dass der diesen Code einsetzt und schaltet seinen Account eben bis zu Warlords of Draenor frei das könnte ich mir auch vorstellen oder weil ich glaube nicht dass das dann nur auf komplett neue Accounts geht aber wer weiß was denn da sein wird und das ist halt natürlich eine Möglichkeit aber noch nicht definitiv für Blizzard diesen Spiel quasi wie du schon richtig sagst hart abzufeiern aber um auch wenn er denn ein Hit wird was sich natürlich sowohl Universal Legendary als auch Blizzard erhofft nehme ich stark an dass man halt darüber dann wiederum auch die Leute von ins Kino ins Spiel bringen will dass sie halt da weiterspielen ja das ist glaube ich auf jeden Fall der Plan an der Stelle was haltet ihr erstmal davon ich ich muss kurz zu der Umfrage nochmal ich finde diese Umfragen von Blizzard immer sehr lustig weil irgendwann so ein Screenshot wie diesmal auch wieder auftaucht auf Reddit wo irgend so eine höchst interessante Frage in einer Umfrage steht die wir glaube ich noch nie gesehen haben so eine Umfrage oder hast du schon mal so eine Umfrage von Blizzard so geschrieben bekommen kriegen glaube ich nur amerikanische Spieler und das war glaube ich sogar schon zweimal einmal irgendwas mit der BlizzCon dass da irgendwas irgend so ein großer Stand ist wo man irgendwas cooles machen konnte ich glaube das wurde aber nicht umgesetzt und noch irgendwas anderes und ich finde diese Umfrage immer sehr interessant dass wir sie nicht bekommen finde ich unverschämt aber ich habe eigentlich schon gedacht dass sie irgendwas machen in Richtung Spiele jetzt WoW wenn du in den Film gehst aber ich hätte mir eher vorgestellt dass es sowas wird von wegen man bekommt ich weiß nicht so eine Aktion dass irgendwie ein Gaming irgendwie ein Film zu einem Game oder zu irgendwie einem Kartenspiel oder was weiß ich released wird da gab es früher immer oder der Digimon der Pokémon Film da konnte man dann eine Digimon oder eine Pokémon Sammelkarte und sowas bekommen beim Eintritt das gab es ja früher öfters das habe ich jetzt schon Jahre nicht mehr gehört dass es sowas gibt ich dachte schon das gibt es gar nicht mehr aber WoW kommt scheinbar dann doch damit um die Ecke und ich hätte mir eher vorgestellt dass man so eine Karte bekommt wo man dann darauf hingewiesen wird das ist ja eine 10 Tage nee gar nicht das gibt es ja gar nicht mehr WoW sondern man kann ja völlig frei bis Level 20 spielen oder so aber das irgendwie nochmal eine aufgewertete Version von wegen weiß ich nicht dass man doch Zugriff vielleicht auf alle Rassen und Klassen hat irgendwie sowas keine Ahnung aber vielleicht nicht unbedingt dass man alle Addons geschenkt bekommt das finde ich schon krass von Blizzard wenn das wirklich so passiert aber ich also du vergisst ja an der Stelle das wird ja wenn Legion rauskommt kostet das Ganze ja irgendwie 15 Euro oder so also es jetzt momentan ist also wir sind schon alles außer Warlords of Draenor in der Grundversion drin und zu dem Zeitpunkt wird es dann auch alles außer ähm Legion da drin sein also inklusive Warlords of Draenor und äh das Ganze äh kostet im Normalpreis 15 Euro und ich denke im Angebotspreis gibt es das dann auch schon mal oder gab es das letztes auch schon mal glaube ich für 5 Euro vom Blizzard ja also von daher ist es jetzt nicht so krass ich finde schon dass sie 15 Euro äh weiß ich nicht wenn also rein wirtschaftlich wenn du betrachtest dass die Leute dann da reingelockt werden die spielen das dann äh ein paar Mal äh sind vielleicht dann noch äh darüber äh glücklich und denken sich oh ja nicht schlecht kauf ich mir dieses Legion 45 Euro oh hm kauf ich mir noch mal einen Monat Spielzeit etc ne äh all das äh das ist ja richtig äh viel Folge äh cool also das Marketing auf jeden Fall eine sehr gute Idee und auch wirtschaftlich äh denke ich in keiner Weise problematisch also ob so gesehen äh einer von drei wenn ich mich jetzt hier nicht komisch verrechne wenn einer von drei das wirklich so umsetzt dass er das anspielt sich denkt oh kauf ich mir mal Legion das wären die 15 Euro mal drei sind 45 Euro für das Addon äh blöd hochgerechnet ich weiß nicht ob ich glaube nicht ob man das so rechnet also äh ist ja nicht so als ob die ähm also die sind ja nicht angewiesen will ich sagen auf die äh auf das Geld für dieses Grundspiel das ist jetzt nichts äh sondern die wollen die Abonnementen äh kosten und die wollen halt Legion verkaufen diese beiden Sachen wollen sie machen und wenn sie dabei dann für jeden äh so ein ne Grundspiel da kostenlos rausgehen hey ne äh das das wirkliche Geld verdient sie mit Abokosten mit äh Erweiterung und mit Ingame Services äh plus Haustieren etc ne das ist der äh Punkt also das macht keine Rolle und finde ich jetzt auch nicht zu viel also da du bist ja äh manchmal in der Hinsicht äh nicht so äh ja marketingmäßig unterwegs sag ich mal das merkt man an der Stelle dann wieder glaube ich dass dir das so ne das ist dieser Aspekt des Ganzen der da so ein bisschen fremd ist ich bin nur weniger ich bin nur ehrlich gesagt weiterhin weniger der Merkung dass äh das aufgeht dass so viele danach wirklich das Spiel spielen weil ich immer noch so ein bisschen der Auffassung bin es kennt jeder WoW ehrlich gesagt so oft sehe ich einen Thread auf Reddit äh wo irgendeiner sagt wo ich mir denke wow sowas gibt's noch ich hab gerade erst angefangen mit WoW und so ne es gibt so oft irgendwie alle paar Tage ähm sich da äh äh bei Reddit ein neues äh Posting zu also ähm es gibt glaube ich enorm viele Leute die noch kein WoW kennen und ich glaube es gibt auch unglaublich viele Leute die ähm dazu noch Potenzial hätten das zu spielen tatsächlich also gerade aus dem Casual Bereich nicht aus dem Hardcore Bereich sondern aus dem Casual Bereich wenn ich mir da vorstelle manche Leute äh auch aus meiner Uni etc die irgendwelche komischen äh Spiele spielen ähm wenn die WoW spielen würden ja ohne also das ist schon ne Sache äh glaube ich ähm wo es noch einen großen Markt auch gibt für neue Spieler wie gesagt nicht aus dem Core Segment sondern eher aus dem Casual Segment aber man muss auch sagen dass ähm die dann Leadschen kaufen weiß ich nicht aber lass mal Alex mal reden dass der Film an sich ja auch erstens Umsatz macht von dem das dass ja reiner Gewinn ist zum Teil zumindest wenn er nicht total floppt ähm dann könnte ich mir auch vorstellen dass einige Filme einige Leute dann den Film vielleicht auch eher anschauen wenn sie denken ich kriege da noch einen Bonus dazu und kann das Spiel dann auch kostenlos anschauen und ähm 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 als letzten Punkt ähm ist ja wenn man jetzt Werbung macht irgendwie in der Zeitschrift oder Fernseh kostet ja auch Geld und das ist ja im Prinzip vergleichbar statt halt dann einen Fernsehspot zu bezahlen von dem man ja an sich überhaupt nichts verdient schenkt man halt den Leuten was ist natürlich eine Investition aber wie genau das gerechnet wird weiß ich natürlich auch nicht aber das ist halt eine Marketinginvestition vielleicht tun sie dann auch irgendwie in der Zeit weniger Werbung schalten oder so keine Ahnung wenn sie es machen würden genau also das das kommt natürlich auch hinzu was du gesagt hast äh der zweite Punkt ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache wenn es so ist also erstmal kann ähm selbst mit so einem Key äh könnte sich natürlich jeder auch auf seinem Battle Account ein Zulsystem World of Warcraft Account ähm machen ähm erst mal ganz kurz ich hab gerade in den Comments gelesen dass da äh jemand geschrieben hat dass er äh glaubt dass dadurch die Kinokarte teurer wird also davon brauchst du dich mal verabschieden die Kinokarte wird denselben Preis haben wie immer das ist einfach nur zusätzlich die wird dann nicht mehr kosten da hat ja Blizzard auch keinen Einfluss drauf sondern ähm sie haben natürlich einen Vertrag irgendwo mit Universal deswegen auch da auf deinen ersten Punkt das sind natürlich Einnahmen aber die sind ja in erster Linie nicht für Blizzard sondern die sind in erster Linie schon für äh Universal und keine Ahnung was die da für einen Deal haben ob die prozentual daran mitverdienen oder äh wie auch immer weiß man nicht ja ähm ähm aber äh natürlich zuerst mal Legendary und Universal werden da äh Geld dran verdienen ähm worauf ich aber hinaus will ist wenn es tatsächlich diese bei diesem Code zum Beispiel kostenlos WoW für 30 Tage gibt äh auch für bestehende Accounts also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem bestehenden Walls of Drenner Account diesen Code hinzufügen kann dafür ein Ingame Item und 30 Tage äh Game Time bekommen sollte was ja nicht so klar ist kann ja auch sein dass es nur für neue Accounts ist diese 30 Tage wie ja auch in einem normalen äh in einem normalen Battle Chest eben ähm na das nur mal so zur Seite kann ja auch sein dass zum Beispiel nur dieses Ingame Teil aber egal selbst wenn nur das ist äh werden auf jeden Fall die momentanen Spieler schon äh sicherlich dadurch äh ähm ja motiviert auch in den Film zu gehen und du musst ja äh äh schon mal natürlich auch äh eine grund äh äh legende Menge einfach anläuten selbst wenn er jetzt bei der breiten Masse floppt wäre es natürlich schön wenn er zumindest bei den äh momentanen WoW-Spielern oder die irgendwann mehr jemals WoW gespielt haben nicht floppen würde und äh wenn schon mal die 10 Millionen die wir äh beim letzten Mal noch bei Worlds of Drenner hatten und wahrscheinlich bei Legion auch wieder äh knapp 10 Millionen äh WoW-Spieler in den Film gehen ist das schon mal äh äh ganz solides äh Einspielergebnis erstmal grundsätzlich also ich hab keine Ahnung wie viel das denn ist aber du kriegst da auf jeden Fall einen gewissen Grund rein da hat Alex schon recht ne Außerdem wenn er schlecht ankommt und man das mitbekommt und sich den dann eigentlich nicht ansehen würde denkt man es würde halt trotzdem ach ich krieg ja noch einen Gegenwert einen anderen Gegenwert scheuchen trotzdem an vielleicht fällt er mir doch Ja und äh dann ist ja auch wiederum nicht zu vergessen wenn zum Beispiel ähm ähm äh also der der Mensch geht ja nicht unbedingt alleine ins Kino in den meisten Fällen und äh äh dann zieht er vielleicht auch noch andere Leute mit weil jetzt zum Beispiel äh 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 möchte unbedingt das Ingame Item und sagt dann seinen Freunden hey wir müssen unbedingt hier in diesen neuen na Fantasy Film ja ja Herr der Ringe quasi nur in gut ähm nur ohne ständiges Jammern um Lambas Brote ähm ne so in die Richtung und jetzt werde ich wieder von allen Herr der Ringe Fans äh bedroht äh sorry aber teilweise war der Film schon langweilig ne egal äh das ist natürlich dann auch wiederum äh so dass man dadurch dann äh die Leute vielleicht reinzieht das ist halt natürlich das Umgekehrte ich hab jetzt bisher nur bedacht und auch dafür ist es schon alleine gut dass man ähm quasi Blizzard aus dem Film äh neue Spieler gewinnen kann aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch an Hand des Films äh aus dem ähm Spiel wiederum Zuschauer gewinnen ne das ist halt so eine Win-Win-Geschichte ne wie Alex das gerade schön erklärte ja wie ist es überbraucht man noch eine Kritikkarte oder Kontonummer wenn man einen Account erstellt ähm man kann auch mit Paypal zahlen aber man muss auf jeden Fall eine Zahlungsquelle angeben einmalig die Leute die dann vergessen zu kündigen wieder sind natürlich dann auch wieder was ja das ist halt das ist natürlich ähm ja ne also du musst halt irgendwas eingeben du kannst auch ähm eine Gamecard glaube ich beziehungsweise ne du wirst halt dazu aufgefordert du musst es nicht machen du kannst es auch abbrechen an der Stelle und das wissen viele nicht das ist halt der Punkt da ne geht das nur ja ja das geht immer du kannst es immer abbrechen du musst es nicht machen du hast 30k äh Spielzeit die leiten dich nur auf eine Seite weiter das ist halt äh auch wieder Marketing die leiten dich halt auf eine Seite weiter da steht dir nichts vor dass du es machen musst sondern äh du sollst es jetzt machen aber heißt es nicht dass du es machen musst also du kannst das äh völlig ignorieren wenn du möchtest ging schon immer übrigens für alle die immer gedacht haben sie mussten das machen nein 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 ihr hättet es auch äh abbrechen können ich weiß das weil ich halt einige äh neue Accounts schon mal für Recruiter Friend und so weiter erstellt habe und da habe ich dann ganz häufig einfach das abgebrochen und konnte natürlich trotzdem spielen die 30 Tage die drinnen enthalten waren aber naja ja also ist auf jeden Fall äh ich denke dass sie das weltweit machen werden ehrlich gesagt sie haben da jetzt schon so eine Umfrage gemacht äh natürlich sind sie sich da vielleicht nicht final sicher aber ich glaube schon dass sie das äh weltweit auch äh machen werden nicht nur jetzt in den USA sondern äh gerade in Europa lohnt es sich auch und in anderen Ländern wird es sich auch lohnen von daher werden sie das schon äh weltweit umsetzen glaube ich oder was denkt ihr? aber ich bin mir nicht so sicher also ich würde sagen 50-50 ich bin mir total unsicher warum? also was sind so da äh die Punkte wo du denkst dass es dagegen sprechen oder? äh ich weiß nicht es ist halt einfach nur eine Umfrage ich finde es ist halt kein Indiz weil es gibt auch auch mal wieder LOL Beispiele die machen andauernd irgendwelche Umfragen wo irgendwelche Features das stimmt gefragt werden die überhaupt nicht in Aussicht sind also da hast du auf jeden Fall vollkommen recht ich hab mir nur äh gerade so eine Sache hab ich mir schon vorher äh vorgestellt dass Blizzard irgendwas macht um halt quasi aus dem äh Film wiederum äh Leute zu rekrutieren und gerade so ein Ingame-Item ist halt das was äh Andi ganz klassisch äh gerade mit der Pokémon-Karte meinte äh denk ich ein ganz gutes Beispiel ne ja also das also wenn sie sowas nicht machen das fände ich schon komisch ob sie das mit dem äh mit dem Game-Keels machen da bin ich auch noch nicht so zu 100% von der Überzeugung aber dass sie irgendwas den Leuten geben was mit WoW zu tun hat und dem Spiel selbst das äh davon geh ich mal sehr stark aus und ob das dann weltweit was ja noch die andere Frage ich denke eher dass es dann glaube ich sogar fast nur in einigen Ländern sein wird vielleicht nur in denen die WoW generell unterstützt aber I don't know ja ja also mal schauen wo es auf jeden Fall in der Sprache hält ich denke ich ja 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 ich denke sogar fast eher nur USA ganz einfach weil es halt logistisch deutlich einfacher ist das wäre natürlich äh immer so eine Sache dass es wieder nur USA exklusiv wäre aber mh könnte auch sein ja also auf jeden Fall die würden sie auf jeden Fall den harten Hate äh einholen da ja gut also das mit dem Ingame-Item ähm denke ich werden sie schon wenn sie es machen weltweit machen weil da wollen sie halt also ja wenn es ein Ingame-Item gibt das meine ich mit dem harten Hate wenn es nur in Anführungszeichen so ein Ganky wäre dann könnten die WoW-Spieler sich vielleicht noch ähm äh da einkriegen aber wenn es ein exklusives Ingame-Item gibt was vielleicht sogar ein Mount oder so wäre dann würden da bestimmt alle auf die Barrikaden gehen es ist ja die andere Frage was ist das überhaupt für ein Ingame-Item ne ja also ein Mount einfach wieder mal Moloch mit dem Style von Warcraft-Film das wäre irgendwie weiß ich nicht sie könnten sich da gerne was Besseres einfallen lassen vielleicht ein Spielzeug womit man so eine Leinwand aufbaut wo dann so Szenen aus dem Walk-On-Film gezeigt werden ok viele Möglichkeiten ja was ist dein Tipp Alex wenn es an Ingame-Item gibt ich habe keine Ahnung wenn dann ein Pad denke ich ein Pad das ist aber sehr langweilig ja aber mir wird aber auch das zum Thema zum Thema dieses Films gibt es ja alles schon im WoW sozusagen weil es ist ja quasi also da gibt es nichts Außergewöhnliches so wie ich das sehe es gibt keine Special Kreaturen die wir da sehen werden weil es gibt das alles glaube ich schon im WoW deswegen wäre es irgendwie schwer in Anführungsstrichen da irgendwie was Neues ins Spiel dann einzufügen im Sinne von Pad und Mount oder man nimmt halt wirklich eine Kreatur die wir eh schon kennen äh pimpt sie mal wieder auf mit neuen Texturen die wir es halt kennen von Blizzard und also könnten sie auch gerne machen ist jetzt nicht so das Problem aber was wirklich komplett Neues würde mir jetzt nicht instant einfallen im Sinne von Pad und Mount weil es halt einfach schon alles gibt was wir da dann sehen werden im Film Mal sehen ok ja ich würde sagen kommen wir mal zum nächsten Thema ist noch ein bisschen äh WoW quasi und zwar geht es so ein bisschen darüber worüber worüber wir ja äh den halben Podcast von der letzten Woche gesprochen haben nämlich äh über die Legion Gilde äh die ich gerade so ein bisschen ja wieder neu aufbaue wir haben ja äh wie schon letzte Woche erwähnt da waren ja auch Max nahm mir und äh Pilbo da ähm da haben wir ja schon einige Leute diesmal ist also jetzt nicht so wie im letzten Januar wo wir irgendwas komplett neu aufgebaut haben sondern im Prinzip machen wir halt mit den Überlebenden ja von einer Gilde was und da vielleicht nur mal als Statusupdate für die Leute die sich fragen was denn überhaupt passiert seitdem wir haben ja letztem Mittwoch einen Heroic Run gemacht der war äh auch ganz cool da haben wir auch einige Leute auf jeden Fall daraus eingeladen wir werden jetzt heute also wo der Podcast läuft ähm zum ersten Mal einen Music Run machen mal schauen wie der so läuft weil ja keine Ahnung Mystic ist halt schon noch was anderes als Heroic kann ich gar nicht einschätzen ähm bin ich mal gespannt äh wie das so gefallen wird äh gefallen auch vielleicht aber äh wie das Ganze so überhaupt laufen wird da werde ich euch dann auf jeden Fall auch nochmal auf den Laufenden halten in Form eines Status äh Videos und ja ich muss gleich mal sagen dass mir keiner im Skype schreibt von den beiden anderen weil das hört man dann tut mir echt leid aber äh ja mein Skype spinnt im Moment könnte man aber als nächstes Thema machen vielleicht weiß einer von euch da draußen eine Lösung äh oder ich glaube äh Alex habe ich das so auch noch nicht erzählt also ich habe irgendwie ein paar Routing-Probleme kommt mir so vor und zwar zum Beispiel in Skype ist jetzt mein Problem äh das ist äh jetzt seit einigen Wochen schon also vorher hatte ich das grundsätzliche Problem der Skype sich immer aufgehangen habe das habe ich Gott sei Dank nicht mehr nach der neuen Installation und hier mit der ähm unterbringend neue Hardware aber jetzt habe ich im Moment die Problematik dass Skype äh ständig in so einem Modus geht wo ich zwar alles empfange und auch an Leute senden kann aber ähm oben bei meinem Status also da hat man ja normalerweise hier online abwesend beschäftigt etc und da äh dreht sich jetzt dann äh ständig so ein ne also dreht sich das so im Kreis quasi als ob es sich versucht zu verbinden ich empfange aber in der Zeit alles und offensichtlich wie ihr gerade hört kann ich auch äh telefonieren via Skype in der Zeit ich sehe nur nicht und das ist das eigentlich nervige wer gerade online ist und wer nicht weil alle werden bei mir halt grundsätzlich erstmal als offline angezeigt und das stört so ein bisschen muss ich sagen und nervt so ein bisschen und von daher äh das ist aber nicht das einzige ich habe zum Beispiel auch wenn ich äh im wenn in .eu Backend äh bin und da irgendwie eine News editiere äh und die dann speichere kommt dann erstmal so ein 404 Error quasi dass die Seite nicht gefunden ist und äh ich muss dann äh wieder zurückgehen nochmal speichern manchmal ist es so dass ich irgendwie quasi speicher äh den Error kriege und 5, 6, 7, 8 mal zurückgehen muss bis ich dann wirklich speichern kann äh keine Ahnung woran das liegt gleiches habe ich dann auch mit manchen Webseiten also zum Beispiel MOO Champion äh ist manchmal irgendwie nicht erreichbar aus irgendeinem Grund und kann nicht angezeigt werden kommt dann immer äh ne die Seite geht gerade nicht etc und die wenn in die EU Seite selber übrigens hat das Problem nicht sondern nur dieses äh CMS und auch nur beim Speichern ja und das ist so verrückt äh sind so so ein paar Sachen äh die da halt wirklich äh offensichtlich bei mir nicht am Rechner an sich liegen können weil ich habe keine Einstellung übernommen ich habe nichts übernommen und ich habe das Ganze auch browserübergreifend also nicht nur im Google Chrome den ich hauptsächlich benutze äh sondern a Skype natürlich sowieso nicht im äh Chrome und b ähm ist halt äh das Ganze äh auch in anderen Browsern äh jetzt bei den Websites die ich gerade angesprochen habe der Fall und äh ich habe das dann mal ausprobiert mit einer anderen Internetverbindung da funktioniert es also das muss irgendwie ich meine meine Internetverbindung ist eigentlich toll die hat jetzt keine Latenzprobleme oder so ich kann weiterhin mit 100 down und mit 40 Mbit up was ja krass ist ich habe halt dieses VDSL100 das ist super aber irgendwo muss es da ein Problem geben und ich schätze halt dass dieses Problem irgendwo im Router liegt ja keine Ahnung hast du den einfach mal zurückgesetzt? ja natürlich auch schon keine Ahnung ich weiß nicht und am Surface oder so geht es auch äh geht es nicht auch nicht achso doch äh da habe ich es ehrlich gesagt nicht ausprobiert ich habe halt nur hier an den aktuellen Rechner beziehungsweise an dem alten eine andere Internetverbindung angeschlossen also weißt du ein anderes Internetverbindung ich kenne mich auch nicht aus ich hätte trotzdem mal am Surface vielleicht probiert ja das wirklich auszuschließen was wirklich nicht am Gerät liegt aber äh das klingt schon komisch oder? ja sehr seltsam vielleicht war es einer von euch da draußen ein Rat äh das jetzt mal hier nur nebenbei und wie gesagt deswegen mir am besten nicht im Skype schreiben weil da kommen dann momentan äh die tatsächlichen Skype Geräusche und ich kann es nicht äh stumm schalten weil dann würde ich euch auch wiederum nicht mehr hören das wäre doof ja naja ähm gut kommen wir zum eigentlich hatten wir noch äh drei Themen aber wir werden das ganze dezimieren auf eins weil wir schon eine Minute eine Stunde zwanzig aufgenommen haben eine Minute zwanzig ja warum soll ein Podcast das ging schnell äh und die anderen beiden Themen sind zeitlos das eine Thema nicht ganz so also ihr habt ja vielleicht gesehen dass ich äh persönlich in letzter Zeit Rise of the Tomb Raider spiele erstmal möchte ich äh Konfusionen aufklären a ich werde äh weder von Nvidia Game Laden oder Square Enix oder so bezahlt leider ja um Rise of the Tomb Raider zu spielen weil äh leider aus dem Grund weil mehr Geld ist immer gut und irgendwas äh bezahlt werden um irgendwas zu spielen was äh man gerne spielt äh wäre immer cool ich meine hier im Podcast die Leute die werden es wahrscheinlich eh wissen weil ähm ich habe jetzt oft schon von Rise of the Tomb Raider erzählt die ja auch Andi ne oder? ja ja von daher ähm ne also ich habe einfach Bock gehabt darauf dieses Spiel zu spielen seit Mbox das in seinem Podcast mal vorgestellt hat aber dabei habe ich natürlich wieder gesehen weil schon Ewigkeiten muss ich echt sagen kein anderes Spiel als WoW mehr gezockt habe und dabei ist mir aufgefallen wie absolut dämlich ich mich teilweise anstelle und äh was so einfach äh womit ich jetzt Sachen meine die einfach irgendwie so ja abgestumpft teilweise durch WoW sind weil ich sag mal ähm alleine der Waffenwechsel ja keine Ahnung der Waffenwechsel ist halt einfach auf eine ganz andere Art und Weise und einfach natürlich nicht so ähm ja also schwer ist zu beschreiben aber in WoW ist es halt einfach anders und äh na WoW wenn man halt wirklich jahrelang nur WoW spielt oder sag ich jetzt mal auch Spiele wie äh League of Legends habe ich natürlich zwischendurch gespielt oder Hearthstone Overwatch etc da ist aber was anderes einfach ja ähm würde ich sagen als jetzt so ein Adventure in dem Fall ähm RPG etc und sowas habe ich total lange nicht mehr gespielt ich habe super viel Spaß habe jetzt auch schon zwölf Stunden Spielzeit oder so aber ähm ja äh ich habe dabei halt gesehen dass ich einige Dinge erstmal wieder äh so ein bisschen lernen musste quasi die natürlich jetzt auch äh wesentlich logischer gehen und wo sich andere Leute denken die sowas öfter spielen wow ist der dämlich ähm Alex hatte gerade schon gesagt im Eingangsgespräch dass du dir darüber eigene Gedanken glaube ich gemacht hast und dazu was sagen wolltest ne ich hatte dazu gesagt ach Andi Mist ja aber ich sah das ich dachte du meintest das äh anders das Thema aber gut äh ist auch gut dass wir dann da andere Meinungen haben ja ich dachte nämlich ähm dass du es eher in die Richtung meinst dass du andere Spiele nicht mehr dass du nicht mehr richtig Spaß hast bei sag ich jetzt mal Singleplayer Spielen oder RPGs oder sonst was weil du einfach viele Sachen vermisst so wie den Multiplayer Aspekt aus dem VOB äh den Wettbewerbsaspekt ich hab zum Beispiel dass ich das ist mein persönliches in Anführungsstrich Problem ich liebe es halt quasi MOs zu spielen und irgendwie ja ich weiß nicht Fortschritt zu erzielen zusammen mit anderen denen zu zeigen wie weit man ist und zu sehen wie weit die sind halt zusammen zu spielen natürlich wobei das natürlich mit Multiplayer Spielen dann auch gut funktioniert aber es ist halt einfach so ein so ein komplett anderes Feeling ein MMO zu spielen als halt ein Singleplayer oder Multiplayer auf Konsole oder sowas und ähm ich bin da echt schon keine Ahnung ich hab seitdem seitdem ich vielleicht nicht unbedingt direkt aber so ein paar Jahre später ich hab echt lange dann keine Konsole oder normale andere Spiele mehr auf dem PC gespielt und ich hatte seitdem auch nie mehr Spaß wirklich bei einem anderen Spiel also so richtig dass man sich denkt geil morgen aufstehen und Samstag den ganzen Tag vor der Konsole auf dem PC hocken und dieses neue Spiel zocken das hab ich seit Jahren nicht mehr gehabt und irgendwie nervt mich das persönlich weil mir immer dieser Gedanke fehlt weiß ich nicht dass man dass ich nicht irgendwie zusammen mit anderen so wirklich das spielen kann irgendwie Fortschritt hab und so weiter also interessantes Thema auf jeden Fall kurz zu dem mit anderen Vergleichen also es gibt natürlich auch in solchen Spielen wie Tomb Raider wenn du es über Steam zum Beispiel das ist halt dann verbunden mit den Leuten die du auf Steam hast und da siehst du dann zum Beispiel wie viele Sachen haben andere aus dem Dings herausgeholt etc du kannst dich da so ein bisschen vergleichen aber ich verstehe schon grundsätzlich was du meinst auch sowas wie Wates zum Beispiel dass man wirklich aktiv zusammen eine Herausforderung angeht und die irgendwann zusammen besteht und sowas mein Traum mein Traum mein Traum wäre zum Beispiel auch ein Spiel also ich denke ihr habt alle mal Zelda irgendwie gespielt also ein Teil der Zelda Spiele und mein Traum wäre halt etwas also ein Spiel was ihr nicht kennt ist wahrscheinlich Secret of Mana was ihr nicht gespielt habt das gab es damals für eine Konsole die hieß Super Nintendo viele werden es noch bennen ja und Secret of Mana war halt ein Spiel was man damals vor der Konsole mit drei Leuten spielen konnte das war mein absolutes Traumspiel ich hab da mit zwei Kollegen gezockt das war super das ist so absolut genial mit den beiden halt da diese Dungeons durchspielen die Bosskämpfe machen etc und ich würde mir so wünschen dass zum Beispiel bei also solche Spiele wie The Legend of Zelda oder eben halt generell so RPGs dass man die teilweise dann in so einer Gruppen Variante spielen kann meinetwegen dann vielleicht auch den Open World Teil oder so separat aber dass man sich zum Beispiel dann gruppieren könnte um eben ja wirklich so Dungeons in so einem Spiel dann also zum Beispiel das bei Zelda irgendwie dem Wassertempel oder so dass man den dann halt als Gruppe spielt finde ich total super also das ist so ein Traumspiel für mich überhaupt also meinetwegen auch nur erstmal im Duo das ist tatsächlich auch eines der größten Probleme und weswegen ich tatsächlich das Spiel nicht mehr gespielt habe da hast du vollkommen recht daher geht es schon in die richtige Richtung aber mein grundsätzliches war natürlich dieses abgestimpft sein klar das ist aber nur ein Thema das ist das andere was du jetzt sagst ist auf jeden Fall genauso mindestens interessant und ist auf jeden Fall für mich auch da geht es mir gar nicht darum mich unbedingt mit denen zu vergleichen sondern eher dieses Zusammenspielen quasi im Teamspeak zu hängen und so eine Story gemeinsam zusammen durchzuspielen finde ich genial also da wäre ich auf jeden Fall der Käufer und da hatte ich auch eine Zeit lang gehofft hatte ich zu dir Alex und Basti und Robby als wir in Anaheim waren und wo Overwatch angekündigt werden sollte hatte ich zu euch ja gesagt dass ich mir wünsche dass es so ein RPG ist glaube ich falls du dich erinnerst also was du dir vorstellen ich erinnere mich nicht mehr aber es ist krank mir gesagt ich erinnere mich selbst aber das Problem ist dass Alex auch ein unglaublich schlechtes Gedächtnis hat das stimmt der ist ja in der Hinsicht ja ich meine gut man sagt ja intelligente Leute vergessen öfter was ich weiß nicht ob das der Grund ist vielleicht ja vielleicht jedenfalls wie siehst du das denn ähm ja jetzt zu der Perspektive von Andi ich finde also bei mir persönlich ist es halt glaube ich so dass ich seit ich URV gespielt habe halt ähm ein bisschen andere Erwartungen habe vielleicht also persönlich mag ich halt dieses Gefühl dass ich ähm im Prinzip machen kann was ich will und nicht dieses diese lineare Story habe weltlich erkunden kann und das also ich habe jetzt jetzt nur kurz darüber nachgedacht jetzt gerade und mir ist halt da jetzt rückwinden aufgefallen dass ich halt tatsächlich die Spiele dann gerne mag bei denen man wirklich frei ist also zum einen Simulationen da hatte ich erst kürzlich gespielt ähm dieses nicht SimCity sondern City Skylines genau und Prison Architect das sind jetzt natürlich keine Riesenspiele aber sowas macht mir halt trotzdem noch Spaß irgendwie so Simulationen zum einen und zum anderen ähm auch RPGs die halt eine offene Welt haben oder größtenteils offene Welt haben wie Skyrim Skyrim ja die machen mir auch Spaß und dann im Gegensatz dazu so Sachen mit einer linearen Story halt die auch RPGs sind mag ich halt Rise of the Tomb Raider nee ja gut da muss ich sagen ich hatte den ersten Tomb Raider Teil auf der PS4 auch gespielt hat mir schon Spaß gemacht auch aber es ist halt irgendwie so kurzweilig man spielt es halt durcheinander ist man fertig also kurze Zeit macht es mir halt Spaß aber ich könnte es mir halt nicht vorstellen irgendwie dauernd so das wollen die Spiele ja auch nicht unbedingt also hier Rise of the Tomb Raider hat glaube ich so 40 bis 50 Stunden äh Spielzeit ne und also es ist ein bisschen länger als der erste Teil auf der PS4 den du gerade äh ansprichst aber äh viel länger wollen sie es ja auch gar nicht haben aber Rise of the Tomb Raider kann ich dir echt nur empfehlen das ist ja wie gesagt für den PC raus sieht auch Hammer aus ich weiß nicht hast du schon mal gesehen die Grafik wahrscheinlich es ist halt äh also es sieht echt Hammer 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 mäßig aus aber gut äh über die Haare ja ein großes Ketzerbeispiel fällt mir zum Beispiel Last of Us hatte ich auf PS4 auch mal angespielt ich meine das ist ja auch ein gutes Spiel und es hat sehr gute Kritiken aber ich ich konnte es halt einfach nicht weiterspielen weil ich weiß ich auch nicht ich glaube ich habe es nur eine halbe Stunde gespielt ich habe es auch nicht lange gespielt es ist halt echt eine tolle Atmosphäre und auch eine interessante Story aber irgendwie konnte ich es halt nicht spielen weil es halt zu linear ist was nicht schlecht sein muss ich meine es mögen ja sehr viele Leute offensichtlich aber mir persönlich hat es halt nicht so zugesagt geht mir auch so aber anscheinend spiele ich auch viel lieber inzwischen an einem PC muss ich sagen weil Rise of the Tomb Raider ich hatte es ja mal ähm hier für die Xbox One hatte ich ja so ein Special Angebot äh genutzt allerdings habe ich es dann wieder verkauft äh wo ich dann noch ein bisschen also ich will nicht sagen Gewinn aber ja ein bisschen Gewinn gemacht habe ähm jetzt auch in Hinsicht äh darauf muss ich sagen dass ich einfach nicht so viel Bock hatte an einer Konsole äh zu spielen da tatsächlich ne also ist tatsächlich so aber naja ich weiß nicht genau äh ob jetzt äh so ein MMO wie WoW uns dafür vielleicht nicht einfach verdorben hat weil wir einfach diesen sozialen Aspekt dabei mit anderen Leuten zusammen zu spielen sehr mögen ich würde sagen dass es bei mir äh nicht WoW war weil ich das gemacht habe weil ich habe ja gerade beschrieben dass ich äh Secret of Mana äh früher so gerne gespielt habe und das war lange lange bevor ich WoW das erste Mal äh gezockt habe natürlich habe ich auch so Simulationen wie du gerade gesagt hast äh gezockt da war ja mein erstes Spiel was ich gespielt habe in die Richtung Mad TV was hier keiner mehr kennt das war halt damals ein Fernsehsender den man aufbauen muss super Spiel keine Ahnung Nächte lang gezockt und irgendwie äh total wenn man sich das heute vorstellt sinnfrei äh wobei das es gab danach so äh coole Computerspiel äh Simulationen also wo man so Computerspiel Softwarefirma äh geführt hat auf dem iPhone etc so in der Art war das falls ihr das kennt äh Game Tycoon etc das war auch ganz cool ja sowas habe ich eben auch immer gespielt ich denke halt das ist halt eine Typsache dass man solche Genres generell mag und dann auch vielleicht MMOs eher mag ja ja also definitiv ähm weil Freunde von mir zum Beispiel die spielen ja auch solche Games doch immer so ähm die jetzt auch zum Beispiel in der Legion Gilde mit sein werden äh die spielen jetzt gerade selber auch Rise of the Tomb Raider etc ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen weil ich solche Geschichten einfach also ich mag sogar noch mehr solche Spiele zu spielen als mir irgendeinen Film anzugucken viele Leute haben das ja auch schon mal damit verglichen letztlich da habe ich von einer Schauspielerin die ich weiß nicht mehr welche es war die irgendeinen bekannten äh Game Charakter eben ihrer Stimme etc und ein bisschen auch ihr Aussehen eben äh geliehen hat ähm habe ich das halt gehört dass sie auch sagt dass sie das einfach als viel intensiveres erleben von so einer Geschichte äh mag und ich zum Beispiel habe jetzt Tomb Raider habe ich auch im einfachsten Modus gespielt A weil ich äh keinen Bock hatte äh auf den anderen und B weil es mir halt hauptsächlich darum geht da halt spielerisch durchzukommen und das Einzige was ja in einem höheren Modus war ja nur dass die Mobs mehr HP hatten und man keine automatische Zielerfassung äh hat ne also das hat jetzt ja keinen Abbruch bei den äh ja Rätseln etc gegeben und äh und äh ne ne deswegen das das stört mich da jetzt an der Stelle auch nicht ich meine da ist jetzt dann auch wieder anders als jetzt äh in WoW würde mich natürlich schon stören wenn ich nur den LFR spielen würde das ist vielleicht wieder was anderes ne das das habe ich aber auch ich spiele spiele grundsätzlich im eher einfachen Modus weil ich mir denke ich will eher die Gameplay äh technische Umsetzung sehen und die Story und nicht irgendwie eine Herausforderung haben muss ich ganz ehrlich sagen weil äh aber dann wiederum in WoW äh will ich natürlich das herausforderndste machen weil das andere ist langweilig das ist irgendwie komisch ja also zum Beispiel auch Zelda also ich hab hier äh Link ähm ich glaube A Link to the Past hieß das was auf dem äh der erst vor ein paar Jahren rauskam das habe ich gespielt habe ich auch durchgespielt das war super A Link Between Worlds A Link Between Worlds genau ist nicht A Link to the Past ist das vom Superhine ist das ganz alte ja genau A Link Between Worlds super genial ich hab's geliebt ich hab's durchgespielt äh ich hatte aber keine Motivation wie andere Leute ich glaub äh hier Basti äh hat das auch gemacht ein zweites Mal durchzuspielen auf dem auf dem man kann das ja dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen das war überhaupt nicht äh interessiert ist für mich nicht äh relevant und interessant an der Stelle muss ich sagen sowas fand ich aber schon immer komisch ehrlich gesagt dass man ein Spiel mehrmals durchspielt nur in einem anderen Schwierigkeitsgrad deswegen kann ich auch Diablo nicht verstehen wie man das spielen kann weil da geht es zum Beispiel auch immer darum äh in verschiedensten Schwierigkeiten äh den ganzen Kram immer wieder durchzuspielen Alex hat das gerade für einen Moment verlassen aber ich glaube er kommt gleich vielleicht wieder mal gucken mal sehen ja aber ne das ist halt so eine äh Geschichte sehr sehr interessant äh was für Spielertypen es gibt auf jeden Fall für der APC mich würde es aber das fände ich jetzt echt mal interessant wenn wir noch mehr Leute jetzt gewesen wären die irgendwie mal äh gesagt hätten also Hardcore-MO-Spieler wirklich die ob die wirklich auch dieses Phänomen haben dass sie irgendwie andere Spiele nicht mehr spielen können und dann Casual-Spieler vielleicht die nur mal das und das spielen ob das bei denen wirklich komplett andersrum ist oder ob das wirklich an dem Spielertyp selbst liegt und nicht wirklich an dem Spiel was man lange Zeit gespielt hat in den Kommentaren kann man das natürlich jetzt auch gerne schreiben gerne falls solche Gamer seid aber man muss sagen dass ich ja auch äh übrigens ähm also schön dass du diese Diskussion nochmal aufgebracht hast die andere Diskussion äh von der wir jetzt gerade sprachen äh die ist natürlich auch für mich immer noch da weil es ist halt einfach wirklich was anderes ob ihr jetzt WoW äh spielt oder so ein Spiel ist auch schwierigkeitsmäßig ein bisschen was anderes auf einer anderen Ebene einfach ja und äh das 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 fand ich enorm interessant ähm bis ich mich daran wieder gewöhnt hatte überhaupt ne weil ich hab wirklich das also ich meine jetzt mit über 10 Stunden also 12 sind es im Moment äh in denen ich Rise of the Tomb Raider gespielt hab äh und das würde ich übrigens nicht machen für irgendeinen also ich hab noch nie für ein Spiel wo wir äh Geld für bekommen haben das so lange gespielt ne muss ich mal anmerken an dieser Stelle ja schon allein daran merkt man das weil ich hab einfach Bock drauf das zu spielen ich werde es übrigens auch weiter als Let's Play machen mir völlig egal ob die Zahlen da einbrechen ähm ähm das stört ja keinen ne also ihr müsst ihr einfach nicht gucken wir müssen halt den YouTube Kanal vielleicht mal an der Stelle Feedback Time für euch ähm so ein bisschen orten hab ich mir überlegt dass wir da halt mal ein bisschen mehr auf Playlist gehen oder Andi? äh generell wenn man die Seite mal irgendwann bald umstellt muss man da eben mal sondern geht ihr ja ja aber das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun weil man dann ja auch unter anderem andere Themen wieder anstrebt so berichten dass wir dann strukturell da ein bisschen aber ja Playlist habe ich mir öfter schon überlegt werden wir mal wieder eine gute Sache auf ja dass man zum Beispiel alle Artefakt äh Cutter-Dinger angefangen hat hätte ich da vielleicht auf andere Sachen auch nochmal aufgebaut äh direkt wäre es vielleicht auch erfolgreicher gewesen als jetzt natürlich äh weil ich sag mal äh die meisten Leute sind halt WoW-Fans äh bei uns und die interessiert sich halt nicht unbedingt für andere Spiele das siehst du ja auch äh es ist ja auch sehr interessant immer in den View-Zahlen zu sehen also wir haben ja durchaus Videos mit richtig hohen manchmal sind sie auch nicht so hoch ich meine das bei den allen Artefakt-Videos das natürlich nicht immer immens hoch ist ist klar und viele haben ja zum Beispiel auch schon bei dem Gebiets-Let's Play übrigens gesagt dass sie wow eigentlich gerne aber wir wollen uns nicht spoilern ne das gibt es ganz ganz häufig ähm die das so sagen aber naja Alex hat mir geschrieben dass du ihn gerne wieder anrufen kannst jetzt muss man natürlich sagen dass man das dann wahrscheinlich hört im Podcast also Achtung Hallo 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 ja sorry ich ziehe guten Tag so da sind wir wieder äh kleine technische Probleme zwischendurch äh und dann ist Skype natürlich da ein bisschen doof manchmal da muss ich übrigens gerade mal sagen ich habe nebenbei die News für den Podcast geschrieben und ich habe im der erste Satz ist Ausgabe 13 des Nerdcast trotz dieser Unglückszahl ist nichts schief gelaufen das das müssen wir an der Stelle vielleicht dann revidieren ja 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 gut äh ich mache einen in Klammern fast dazwischen den übrigens den letzten Punkt dann vielleicht ein bisschen umschreiben also den Gaming Punkt weil wir den jetzt ja ein bisschen anders gehandhabt haben äh das sehr interessanter wirkt für die Leute glaube ich ja ich denke euch hat das interessiert was wir besprochen haben ja wir haben gerade gesagt dass das ein super interessantes Thema ist und dass wir gerne noch ein paar mehr Meinungen dazu hätten ähm also zu diesem allgemeinen Gaming MMO und andere Sachen und ja aber es gibt gibt es so ein Spiel was ich gerade beschrieben habe nein oder so richtig RPGs die man zum Beispiel dann teilweise auch in so einer Gruppe wirklich spielen kann doch es gibt ich weiß nicht wie das heutzutage ehrlich ist weil Singapayer wie gesagt ich bin da ja so am Mann aber früher zum Beispiel wenn ich ich weiß nicht mehr wie der Star Wars Titel hieß aber da konntest du das komplette Spiel zu zweit durchspielen aber das war dann auch das größte nämlich nur zu zweit nicht drei oder vier aber wirklich die komplette Story alles konntest du zu zweit spielen das hat richtig Laune gemacht und auch nur deswegen hatte ich das damals mit einem Kumpel gespielt weil das einfach mega cool war zusammen zu spielen zusammen die Bosse auch zu besiegen was ich ja vorhin schon erklärt hatte ähm und ansonsten ja also es gibt jetzt bald irgendwie hier Dying Light zum Beispiel da soll es ähnlich sein ähm aber keine Ahnung vielleicht ist das natürlich auch so ein bisschen die Limitierung weil das man ja quasi so einen Server etc. braucht der das Ganze hostet für beide Parteien ne äh vielleicht dadurch ich weiß es nicht Alex was meinst du? äh Diablo ist das nicht auch sowas? ja gut aber Diablo also ja natürlich äh vom Ziel her ist es ja so ja okay da hat er recht und das macht ja auch Spaß hab ich auch äh damals schon gesagt da hab ich es mit äh Baragul also Robby äh durchgezockt und da hab ich gesagt boah ich hätte gerne öfter mal so ein Spiel wo man so eine Kampagne allerdings war es bei mir an der Stelle zu Ende nachdem man das erste Mal den Endboss äh quasi in der Kampagne besiegt hatte da hab ich mir gedacht ja das war geil mehr davon aber da fängt ja äh für viele Leute das Spiel jetzt richtig an auch mit den Seasons etc. ähm das ist auch nicht mein 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 Prinzip ne ne gebe ich ja zu ich finde das Spiel grundsätzlich gut wobei ich sagen muss das spiele ich lieber an der Konsole ähm mit so richtig geilen Soundeffekten macht das echt Fun finde ich aber Geschmackssache ja aber falls ihr vielleicht eine Empfehlung für mich habt da äh so ein Multiplayer Game ähm vielleicht auch natürlich eins was zukünftig rauskommt mir egal oder eins was eben schon in der Vergangenheit rauskam äh ja oder ansonsten Blizzard bitte bringt doch ein Spiel in die Richtung aus dem Overwatch-Universum raus das fände ich geil jo bitte das wäre was hätten sie gleich einbauen können eigentlich als Kampagne so zu das Denken das wünschten sich wahrscheinlich mehrere aber das ist ja dann die Sache mit ihrem Franchise und Beginn und bla Chris Madsen wäre äh sofort dabei grundsätzlich ja ah das fände ich so geil ey mit so den Hellen den könnte man da ja auch durchaus einsetzen so als Spielbarkeit und naja egal das ist jetzt Träumerei ähm wir sind äh eben bei unserer über anderthalb Stunde und aufgrund der Tatsache dass ich heute noch andere Sachen machen muss unter anderem diesen Raid den ich gerade schon erwähnte äh hoffe ich dass es euch gefallen hat mir auf jeden Fall wieder mal äh sehr gut äh hatten ja Themen wo jeweils einer von euch immer ein bisschen weniger zu sagen konnte ne zwischendrin also äh zumindest bei äh bei 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 Halfstone konnte andere nicht so viel sagen auch fand ich auch nicht schlimm das war auch zwischendurch ein bisschen stiller ähm ja war aber wenn wir das hier jetzt beenden ich wollte mal kurz noch was sagen weil ich den Film gestern gesehen habe äh habt ihr Mace Runner gesehen welchen? den ersten ersten also von mir aus beide aber überhaupt ne ich hab ihn nicht gesehen also gar keinen? ne ich hatte überlegt aber wenn Andi äh Alex ihn gesehen hat ne ich hab auch keinen gesehen auch nicht ja schade weil ähm hätte das jetzt mal jemand gesehen hätte mal seine Meinung nämlich interessiert weil wir hatten also der also der zweite kam jetzt gerade erst raus quasi also zumindest auf äh DVD blablabla ähm aber der erste der war halt letztes Jahr der war ganz okay sag ich mal hätte hätte man jetzt weiterschauen können haben wir auch gemacht und dann haben wir uns gestern den zweiten Scorch Trials oder so heißt der auf Englisch im Deutschland irgendwie aus der Welt der Brandfüste oder so alter Falter der war so richtig scheiße und ich hätte jetzt sehr interessiert wie ihr es gefunden hättet weil eigentlich wurde der voll abgefeiert soweit ich das mitbekommen hab aber der war weiß ich nicht also effektmäßig und sowas war der gut aber schauspielerisch war der echt scheiße aber da ihr den nicht gesehen habt könnt ihr leider das zick sagen falls den jemand von euch gesehen hat äh liebe Zuhörer könnt ihr mir mal bitte bestätigen ob ich nur der Meinung bin oder ob das irgendwie generell ein komischer Film war naja das war's ja tut mir leid leider hab ich es nicht gesehen weil das ist irgendwie so ein also ich gucke generell wenig Filme muss man sagen und das ist halt so ein Setting was mich nicht so mega anspricht irgendwie das ist so ein komisches Setting ehrlich gesagt postapokalyptisch Sci-Fi mäßig irgendwie sowas ja bisschen Fantasy ja 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 normalerweise hätte ich auch gesagt ich gucke kein Zombie-Setting also nicht weil ich auch da wieder dieses Supernatural-Problem habe sondern weil ich einfach Zombie-Setting sehr ausgelotscht fand fand ich ja The Walking Dead ganz gut wobei ich da auch aus irgendeinem Grund keinen Bock auf die sechste Staffel bisher hatte ich hab sie auch noch nicht gesehen und geht jetzt ja übrigens bald weiter wie bald endlich weiter geht mein Gott in acht Tagen ähm das nur nebenbei aber ja ne das ist halt wieder so ein Setting wo ich nicht so richtig äh ja warm mit werde ne aber naja obwohl du Supernatural äh Supernatural Supernatural ja ich nenn's immer so weil es sich so bescheuert anhört ähm ja äh haben wir jetzt letztens die ich weiß gar nicht das ist schon die eine mehrste Staffel Elfte ja die Elfte die Elfte läuft jetzt und geht bald glaube ich weiter oder so wir hatten die Zehnte jetzt geguckt mein Gott äh das wird langsam langweilig aber trotzdem muss ich gucken wie ich weiß sie haben wohl eine neue neue Richtung in der Elfenstaffel eingeschlagen hab ich letztens ein Review drüber gelesen ja hab ich auch gelesen aber irgendwie hoffe ich dass das wieder ein bisschen spannen wird weil die Zehnte war ein bisschen langweilig ja der Showrunner hatte diese Serie ja das ist ja einer von denen der hatte die auf fünf äh Staffeln ausgelegt und ist auch nach den fünf Staffeln ausgestiegen ähm so wie halt bei Breaking Bad man äh dem Showrunner erlaubt hat nach sechs Staffeln das Ganze zu beenden ist so dass bei äh Supernatural man das nicht gemacht hat sondern dass hier wie sich gesagt hat hey hey wir wollen die Serie weiter am Laufen lassen die Quoten sind ja auch noch immer recht gut ja das ist ja das komische sogar also was heißt das komische freut mich weil äh ich guck's ja eigentlich ganz gerne weil die Witze und so die sie da haben sind halt schon ganz lustig die Story wird manchmal ein bisschen lahm wie ich schon sagte aber so generell finde ich die Serie eigentlich immer noch ganz lustig und ja wenn's weitergeführt werden dann macht's ruhig ja mal sehen wie lang es hält es wird auf jeden Fall eine der Serien die die meisten Staffeln ever hat hast du denn schon Act X weiter geguckt? also die neue Serie? da wir das ja im Deutschen angefangen haben will ich das auch im Deutschen weiter gucken weil ich habe immer so das Problem wie sie so umstellen das finde ich ein bisschen creepy äh und deswegen das läuft ja ab Montag glaube ich auf ProSieben oder so echt schon? ja und dann direkt auf ProSieben? relativ zeitnah okay ja das ist tatsächlich sehr zeitnah 21.15 da kann man dann warten bei manchen Serien wie zum Beispiel Agents of Shield ich habe auch das auf Deutsch angefangen äh da würde ich es auch gerne irgendwie auf Deutsch weiter gucken äh keine Ahnung warum ich weiß es nicht eigentlich habe ich da überhaupt kein Problem mit und ich habe auch letztens wieder gedacht Gott jetzt hast du hier das wieder äh auf Englisch geguckt eigentlich kein Thema aber bei Agents of Shield ich keine Ahnung vielleicht habe ich auch doch keinen Bock drauf äh aber die gibt es halt noch nicht in äh Deutsch äh oder auch Suits würde ich auch gerne äh in Deutsch weiter gucken aber auch da die kann man irgendwie kaufen aber sie ist noch nirgendwo inklusive im Dingens deswegen ja noch nicht geguckt ja äh ja was hast du so zuletzt geguckt Alex? Serienmäßig komm mal das noch kurz ähm Making a Murderer angefangen ah ja richtig sonst nichts spannendes ich habe da in den ersten paar Minuten reingeguckt aber konnte die nicht so viel abgewinnen als Doku sicherlich ganz gut aber ich dachte mir ach bevor ich mich jetzt hier in der Doku reinversetzt über einen Murder sicherlich interessant aber also soll echt gut sein ne wie viele habt ihr denn da geguckt oder du? ähm zwei Folgen also nicht viel wow ich habe ein bisschen gegoogelt danach auch was mich halt interessiert es geht halt nicht um den Mörder oder man weiß nicht ob es einen Mörder gibt weil es halt der zu Unrecht eingestellt wurde kennst du O.J. Simpson? nö okay okay das ist so ein US-Footballer da hat der Prozess damals auch für ziemlich viel Aufsehen ähm ja gesorgt und es gibt jetzt äh eine Serie die heißt so ähnlich wie American Horror Story American Crime Story glaube ich ah ja äh und da rollen sie den Fall in der ersten Staffel um O.J. Simpson drin auf sehr interessant soll es werden und irgendwo anders glaube ich äh rollen sie den Fall um den Tod von Tupac auf also das ist momentan so der neueste äh Schreier True Crime Serie es gibt ja da auch äh ein Podcast zum Beispiel Serial glaube ich hieß er äh den es in mehreren Staffeln gab im Englischen wo es auch um äh True Crime halt äh ging aber naja das äh nur nebenbei gut beenden wir dann jetzt tatsächlich äh den Podcast mit diesem kleinen Medien Schrägstrich Serien Schrägstrich Filme Ausblick äh ich freue mich auf Deadpool by the way als Film eigentlich weiß ich noch nicht ob ich reingehe da ja hier wie gesagt kein gutes Kino ist Deadpool kennt ihr den? Ja der den Romantik Trailer hat obwohl es kein romantisches Kino ist definitiv kein romantischer Film wenn du dir mal so andere äh Trailer anguckst aber naja gut in diesem Sinne äh bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschau